Damit hätten wir einen neuen Rekord an Consecutive Wins, also Streak und so. Wie geht's bei euch? Auch mir geht's eigentlich ganz Knöfte. Auch wenn ich gar nicht glaube, dass ich Knöfte gesagt habe. Ich weine die ganze Zeit, also mir geht's okay. Und um einmal kurz das Ganze nochmal zu erklären, für diejenigen, die das Ganze hier jetzt auf YouTube nachschauen, warum das Ganze jetzt hier schon so aussieht, wie es aussieht, ja, I fucked up. Ich habe irgendwie falsch die Aufnahme gedrückt und ja. Deswegen fehlt euch jetzt ein bisschen was. Tja, wer hat ihr mal beim Stream da gewesen? Tja, hättet ihr mal den, ne? Genau. Mhm. How to make people feel bad. Entweder das oder es gibt immer noch das VOD auf Twitch, was man gucken könnte. Kann man auch. Obwohl. Benutzt du bei Raph deine eigene, ne, bei Raph benutzt du nicht deine eigene Musik, ne? Nö. Gut, also kann man da komplett nachgucken, weil nur In-Game-Musik passiert. Ich finde es halt ein bisschen scheiße, dass die, ich kann ihren Namen hier sprechen, die Sängerin von Sanctuary und so weiter und so, halt von den ganzen King of Hearts Openings und Endings, Utada, Hikaru, oder so heißt sie, dass die halt extrem auf ihr Copyright besteht und einfach alles mutet, obwohl es halt im Spiel vorkommt. Es ist ein Song, der gemutet wird. Ja. Sie ist so hart da drin, die Nuss. Ja. Die, die Utada. Mann, Mann, Mann. Wie kann die nur? Ja, ne? Wie kann die nur, weil wir was verdienen wollen? Ja. Also. Schlimm. Kann ich überhaupt nicht. Immer diese geldgeilen Menschen. Ja, ne? Schrecklich. Widerlich. Du, du, äh, ich, ich, äh, ich bin so ein ärmlicher, ärmlicher Mensch und muss mir, äh, muss mir mein ganzes Geld aus dem, äh, aus Scheiße suchen. Du hast nur ein Floß. Ja. Und die, die kriegt, die kriegt einfach Geld daran, weil sie einmal einen Song gesungen hat. Schlimm. Ja, weißt du, denkst ja einmal so, oh, my sanctuary, und auf einmal denken sich alle, boah, Alter, wie wäre es, wenn wir das einfach niemanden, äh, haben lassen? How about that one? So. Äh, endlich schaue in den Discord-Chat und staune und fühle dich dumm durch das Ergebnis. Nö. Nö, ich hab recht. Nö, ich hab recht. Ich weiß nicht, worum es geht. Ach, klar, bestimmt über dieses, äh, über diesen, von wegen, seit Afterbirth werden Steam-Sales gestackt. Äh, ich hab recht. Nein, dein Fuß ist dumm. Lass es. Lass es sich nicht ein. Einfach. Bin ich uneinsichtig. Einfach immer sagen, nein, dein Fuß ist dumm. Komm her. Komm her. Komm her, Tonne. Hey, Jet ist da. Oh, hadoken. Klack. Klack. Oh, Synthoil. Das ist schön mit Rubber-Cement. Die Tonnen sind aber noch am geilsten. Deswegen, da bin ich auch immer hinterher, dass ich die krieg. Auch wenn da manchmal nur Holz drin ist. Hab ich auch irgendwie gesehen, so, äh, so, die, die Tonnen sind bei denen ja wirklich so Schatzkissen und alles andere ist so, ja, das sind halt Einzelsachen. Ganz ehrlich, du hast ja jetzt mittlerweile diese Autosammler. Ja, genau, wo ich jetzt einfach nur regelmäßig mal rumgehen muss und die sammeln halt alles von sich aus ein. Ergo, egal in welche Richtung ich, äh, treibe, solange ich in diesem, ich sag mal, in dieser Müllroute bin. Ein Strömchen. In dieser Müllströmung. Wie hieß jetzt der aktuelle Hai eigentlich nochmal? Ich hab vergessen, wie ich ihn genannt hab. Haibert. Heilum. Alter, vier Kisten. Alter, Jackpot. Und da haben wir sogar Schrott drin. Herbert Heinemeier. Herbert Heinemeier. Ja. Schließe ich jetzt so. Er heißt jetzt Herbert Heinemeier. Herbert Heinemeier, okay. Akzeptiert. Und der Hai heißt Hai, weil er wisst, weil er verbrennt, weil er deine Mutter gegessen hat. Meine Güte, fang doch diese blöde Kiste. Geht doch. Wo ist die andere jetzt? Ach, das Lied gefällt mir auch nicht. Das schmeißen wir auch raus. Ach nee, stimmt. Der, den wir jetzt haben, der hieß ja Haiber. Seto Haiber. Stimmt. Oh, wir haben so viel Holz. Wir könnten eigentlich unser Floß mal so eine zweite Etage verpassen. Alter. Jetzt wird er größten wahnsinnig. Ja, ich habe so viel Holz, ne. Das ist schon nicht mehr witzig fast. Willst du etwa sagen, dass du und dein Holz so Dinge tun? Alter. Haiber, lass das. Nicht essen das. Sackgesicht. Alter. Mehr Range, gut. So, warte mal. Was können wir denn machen, damit wir hier... Also erstmal bräuchten wir so eine Leiter irgendwie, ja. Also so eine Treppe. Stairs. Vor allem hier heißt es Stairs. Hier heißt es Treppe. Was mich ja sehr daran interessiert, wenn du halt wirklich so anfängst, dir halt so ein richtiges Haus auf dem Meer zu bauen. Richtiges Hausboot. Aus deinem RAV-Baus. Was passiert denn, wenn halt eine stützende Ebene unten von deinem Highset bissen wird und du nicht rechtzeitig hinkommst? Dann zerbricht einfach das gesamte Haus in sich zusammen. Wieso würde ich das nicht mal wundern? Oder nur die unterste Ebene. Also halt dieses unterste Teil. Aber der Rest hält sich noch zusammen. Hadouken. Hadouken? Hadouken. Ich hatte ja auch gesehen, du kannst da irgendwie so Stahlverstärkte... Fundamente bauen, ja. Ja. Man kann eine Menge später machen, deswegen... Es dauert zwar alles ein bisschen, aber wenn du es denn kannst, dann ist es, glaube ich, richtig interessant. Ähm... Ja, gut. Ich habe keinen Stein. Doch, warte, ich habe doch noch... Was... Was vertiefen wir jetzt bitte nicht? Also ich bin voll dafür, irgendwelche Dinge zu vertiefen. Echt mal. Vertiefte Sachen sind meistens sehr tiefgründig. Ja. So ein Wurfanker für alle Fälle. Ich meine, das lasse ich jetzt einfach mal da hinten. Ich bin immer dafür, Sachen tiefer zu legen. Har har. We need to go deeper. Ich meine, wenn... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Äh... Spiele ein Spiel, worum es darum geht, so tief wie möglich zu kommen. Also, ne? Ich meine ja nur. Wop. Ja, so langsam muss ich wirklich unter Wasser, ich weiß. Also, damit ich halt so auf Inseln unter Wasser mal gucken kann. Das heißt, ich muss jetzt bald mal angeln, sodass ich mir wieder diese blöden... Äh... Haier-Trappen da mal holen kann. Das hab ich auch noch so als Frage, sag ich mal. Ich hab ja Inseln gesehen, die halt an dir so vorbeigeschwommen sind. Ei. Oder an denen du vorbeigeschwommen sind. Aber hält dein Fluss auch an? Wenn ich einen Anker lege, ja. Ach so, du hast einen Anker. Ja, ich muss einen Anker bauen. Also, bislang kann ich mir nur so einen Einweg-Anker bauen, den ich dann wieder abnehmen muss, und dann, dass er kaputt ist dann leider. Ach so. Das hab ich nie verstanden halt. So von wegen, ja scheiße, ist das dann halt so Zeit? Und dann musst du halt deinem Floß hinterher schwimmen, oder dein Floß ist halt weg? Oder wie funktioniert das? Dreckige Möwe, geh mir nicht auf den Sack. Ich schwör dir, irgendwann baue ich mir Pfeil und Bogen, und dann bist du fällig. I'm sick of your bullshit. So, ein bisschen wird der Typ ja noch aushalten. Wir haben zwar... Na doch, komm. Du meinst tiefer rein? Das bleibt dir zu interpretieren, Franny. Das lass ich offen zur Interpretation. Könnt darüber gerne eine Buchbesprechung schreiben, wenn ihr wollt. Oh no. Nein. Na, funktioniert das? Und dann muss ich halt gucken. Ich will diese... Sammeln mir so ein paar von diesen Haiködern zurecht. Und dann gehen wir das nächste Mal derbe. Franny, Eis lutscht man gemütlich und langsam und steckt es sich nicht einfach in den Rachen. Obwohl ich dieses eine wunderschöne GIF kenne, auf das du eventuell gerade anspielst, wo dieses Mädel, dieses kleine Anime-Mädchen, einfach dieses Stieleis in den Rachen gerammt kriegt und es interessante Implikationen andeutet. Ich kenne den Anime-Syrdler, glaube ich. So, ich glaube, wenn wir jetzt vom selben reden, wahrscheinlich. Ist nicht sogar Bakemonogatari? Ich meine, es war Monster-Monsum. Könnte auch sein. Ich glaube, nee, es war, glaube ich, sogar Monster-Monsum mit Papi. Ja, dann ist es Monster-Monsum. Der Anime war gar nicht schlecht. Ich habe nur bis zu einem bestimmten Punkt geguckt und dann irgendwie vergessen, dass der Anime existiert. Ich fand die nicht schlecht. Ich muss ihn noch mal zu Ende gucken. Gut, das heißt, die nächste Insel sollten wir vielleicht mal hoffen, dass sie in der Nähe ist. Ich habe aufgehört zu gucken, wo die Spinnenfrau, glaube ich, im Ending von einer Folge gezeigt wurde. Und dann habe ich, glaube ich, aufgehört zu gucken. Ah. Gott. Sieht dann irgendwie so, dass die neue Evil dargestellt wurde und dann habe ich irgendwie vergessen, dass der Anime existiert und wir haben nicht mehr weitergeschaut. Weiter. Genau, genüsslich an der Spitze Nippen. Das ist ein dreckiger Hai. Das ist ein... Ah, Barsten. Danke für den Bitt. Meine Waffe ist geladen und entsichert. Oh shit, der hat Bits. Angel habe ich nicht, weil ich, äh... Weil ich, wenn ich aufhöre mit Streamen, dann irgendwas spiele und nicht gleichzeitig einen Manga lesen kann. Momentan. Ich will keine Curses mehr haben. Das ist ein Kack. Das ist doch zum Fluchen, ist das. Ja, echt schlimm. Gott, der wird... Momentan schlafe ich auch zu lange. Ich weiß nicht, warum. Meine geistigen Gesundheit scheint es wohl nicht ganz gut zu gehen, weil dann schlafe ich immer zu lange. Besser zu lange, als wenn du zu wenig stehst. Na. Also ich habe gehört, dass es, äh... Es ist beides schlimm. Wenn du keinen geregelten Schlafrhythmus hast, sondern einem, der einfach denkt so, oh geil, zwölf Stunden, dreizehn Stunden schlafen, das ist, das finde ich gut. Ich hatte noch nie in meinem Leben keinen geregelten Schlafrhythmus. Ich gehe einfach immer irgendwann schlafen. Nö, nie! Ich bin immer gut gefahren damit. Er ist heiser. Oh, Alter. Wer ist heiser? Der Hai. Hai! Worauf steht... Worauf steht denn dein Hai? Auf Heilbutt. Kann man Wurf an Kastecke? Damit ich mich ersaufen kann. Der heilige Heilbutt. Kann ich sogar. Nur original mit dem Bart. Wollen wir nämlich gleich mal ein paar davon. Ja, genau. Das ist auch... Das ist auch so ein Lied, was mir nicht so gefällt. Ich weiß nicht. Ich bin momentan irgendwie absolut nicht so für... Loni! Du bist so richtig wählerisch, was das angeht. Ja, irgendwie bin ich sehr... Also ich brauche einen melodischen Dubstep. Ist halt wirklich so eine... Sanftes Virgi. Ja, ist halt so. Das eine, was ich mal reingeschmissen habe. Dieses... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall momentan absolut nicht. Für halt so extrem viel Elektro und laut und... Ne. Und laut. Oder was Melodisches, wie das jetzt zum Beispiel gerade. Was war's das? Äh... Aua. Ah, fuck it. Ah, Bubu. I fucked it? Kann man... Kann man bitte einer Vivi Bescheid geben? Der Typ ist gefragt. Ne, selbst Vivi könnte mich... Ich bin ja an sich gut gelaunt, aber... Mein Schlafrhythmus sagt was anderes. Vielleicht bedrückt dich irgendwas anderes. Hör auf dein Herz und nicht auf den Spaß. Es ist wahrscheinlich... Es ist wahrscheinlich einfach dieser unterbewusste Stress, von wegen halt... Such dir eine Arbeitspast. So, es geht um die Panzer, sag so. Ja, gut. Yeah. Wow. Die richtig... Die richtig guten Items gerade. Ich hab ne bessere Angel. Hadouken. Jetzt mit Flextape. Mit Flextape. I saw your raft in there. Stell... Hm. Was ist, wenn man eine Angelschnur aus dem Material von Flextape macht? Kein Fisch könnte dem mehr entfliehen. Ich nagel den Hai einfach am Floß fest. Ich hab diesen Hai an meinem Floß befestigt. Und hab nur Flextape benutzt. Okay, Land in Sicht. Müssen wir uns langsam fertig machen, dass wir da an Land gehen. Den Ostpepper. Na komm. Nuni! Mein Unterbewusstsein redet mit dir. Ich dachte, das wäre tot. Ich dachte, es ist ertrunken. Das Schöne ist, die Insel liegt auch genau auf dem Weg. Ist das überhaupt eine Insel oder sind das einfach nur zwei Felsen? Scheiße, ich glaub, das sind einfach nur zwei Felsen. Manni! Ich brauch Manni, 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 Manni. Ja, das sind einfach nur zwei Felsen. Wobei, vielleicht ist da ja trotzdem Sand und all sowas, was wir brauchen. Hm? Oh ja, da unten ist sogar was. Ich trinke sogar wirklich guter. Geradezu will ich... Goddammit, bin ich müde. Ich mach mir gleich einen richtigen Kaffee, nicht nur einen Cappuccino. Yes. Mach gleich einmal kurz eine Pause. Das war nur ein Griff? Wahrscheinlich nachdem ich nach diesem Run hier sterbe. Weil... Wow. Aber... Dann, dann wird der Streak hin. Schön. Ich bin einmal kurz AFK und mach mir einen richtigen Kaffee. Komme gleich zurück. Einen Hering brauchen wir. Aber die Makrele können wir mal auf den Grill hauen. Oh. So. Noni! Ein paar Cent, wenn du im Floß gestrandet bist, brauchst du... Was? Brauchst du sicher money? Bei den zwei Stöckern da, werde ich definitiv Geld brauchen. In der Zwischenzeit angeln wir mal weiter und hoffen, dass wir was für einen Haiköder kriegen. Oder ein bisschen mehr für einen Haiköder. Da hinten ist ein Meer-Kiosk. Ein Meeres-Kiosk. Ja, super. Noch eine Makrele. Na gut, das kann man alles essen. Irgendwann beißt dieser Hai an meiner Angel an und dann habe ich den Salat. Und dann habe ich den Salat. Den sag ich euch. Buntbarsch ist auch nicht das, was ich brauche. Meine Güte. Ich brauche einen fucking... Wat war dat? Hast du die ganzen Jokes gelesen? Aber of course. Einen alten Schuh. Möglicherweise könnt ihr was darin pflanzen. Ich kann... Alter, in einem Schuh... Zeug pflanzen. Von mir aus. Äh... Buntbarsch brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Okay. So, was fehlt mir jetzt? Mir fehlt ein Hering. Hering. Der Hai followt ihr nur nicht auf Twitch. Ja, ich sag ja, der Hai ist so ein Lurker. So ein Lur... Entweder geht ihr ne Möwe auf den Sack oder... No, ne Makrele. Ne Makrele auch. Weil wir können nicht ins Wasser, solange der fuck uns nervt. Nö, ne was? Kein sehr helles Licht, aber der... Okay. Äh... Nö, ne? Cool. Er ist übel hyped. Hyped. Äh, 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 äh. Was man so alles Interessantes aus dem Wasser ziehen kann. Was hat es mit dem E auf sich? Wat? Mit dem E? Was für ein E? Meinst du den Meme E? Weil wenn... Wenn es darum geht, dann sind wir auf einer Wellenlänge. Ich habe auch keine Ahnung, was dieser Meme bedeutet. Es ist einfach nur E. Yes, ein Hering. Sammeln wir noch ein bisschen weiter? Wir sind gerade dabei, also sollten wir vielleicht mal gerade die Zeiten nutzen, wo wir hier ungestört sind. Dass wir mal vielleicht mehr als einen Köder herstellen und vielleicht noch mal ein paar Fische. Press F for E. Äh, genau so in etwa. Ja, das Meme. Ja, das Meme ist, äh... Das ist ein merkwürdiges Meme. Achso. So... So viele Makreilen. Verpiss dich, du Möwe. Was man nicht mehr als einen so einen Fisch krellen kann, ey. Okay. Wann hat der das da aus der Ecke rausgebissen? Ich habe das doch letztens noch repariert. Das macht er ganz sneaky, sagst du euch. So richtig sneaky macht er das. Kannst du auch mit dem Wasser, äh, mit dem Speer in Wasser dich verteidigen. Ah. Mortal Kombat. das angeln war doch richtig führt ich habe ja auch schon so ein haiköder jetzt also es ist ja auch richtig nur ich denke mir gerade wenn wir schon mal hier sind können wir vielleicht mal unsere fisch vorräte so ein bisschen aufbauen zumal jetzt unter wasser gehen wenn es nachts ist es sowieso nicht die schlauste idee es ist die lampe an ist ihnen nicht wo sie wahrscheinlich selber an machen da kommen herring aber die lampe geht nicht an also von daher zum beispiel muss man noch mal einen neuen haken bauen wenn ich denn unter wasser will denn sonst noch eine makrele kriege so viel makrele ich glaube der fällt dich an heiß finde so viele hype hans alter so nein so nein danke geht doch na komm schon ich will doch nur noch wenigstens ein so ein köder übrig haben damit ich hier alles ausluten kann sonst komme ich nicht an den guten schrott ja fakt ist scheiß makrele jetzt auch noch der der wellengang so kacke ich kann es erst mal so versuchen dann gleich hier unter wasser ich muss sowieso erst mal mein inventar aufräumen bevor ich das mache das machen wir jetzt am besten mal jetzt beziehungsweise erst mal den haken neu machen bevor wir das gleich machen müssen wir machen wir am besten direkt so ein an den schrott den bolzen haben wir das gleiche schrott haken das werk dass ich den schrott packen immer weg wir können noch mal für eine normale truhe von mir hat jetzt noch es papier kennengelernt es papier ich habe es papier gesendet das beides gleich geschmeckt am anfang ja es ist bei es papier die haben aber schon unterschiedlichen geschmacklich so weit und einmal erd wenn man schmeckt so leicht raus so von wieso das ist so ein wafers sein was problem ist ich habe geguckt so von mir so es war hier in england haben die keine es papier ja und in amerika also ich hab das genommen was mir sozusagen der translator und mein wertebuch rausgeworfen haben und dann wenn ich so eins zu eins übersetzen würde eating paper ach guck mal ich kann das hier sogar schon über wasser machen fast ja es papier ist so eine legende habe ihr ever heard die hier legendarie es papier zack so so sagt er so bin ich wieder zurück so sagt er und so macht er mit mit einer riesengroßen kaffeetasse das ist doch ein bisschen überstrapaziert hat dran wirft drei rubini ins glas dankeschön hackbraten für die bits oh mein gott ist das ein kaffee der ist gut genau jetzt geht das los jetzt habe ich jetzt habe ich es im urin jetzt 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 kriegen wir die restlichen unlocks außer die die wird mit den daily runs zusammenhängen weil die noch lange aus sich warten werden lassen ich hasse das wieso macht man wieso macht man achievements die auf täglichen events basieren will ich nicht ist der blöde scheiße jetzt schon wieder unterwegs nach dem motto ich habe nichts besseres zu tun kleiner heimklinger ticket du 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 ja der ist wieder da oder pass auf ich steche ihn ab wenn er mir noch mal nicht wäre kommt zu deinen frucht trinke ich habe einen halben liter kaffee also ich habe genug zu trinken man muss mich nur daran erinnern dass ich ihn auch wirklich trinke sonst habe ich nachher kalten kaffee habe ich kein kein problem mehr und habe mir auch kalten kaffee reinzukippen einfach reinschmeißen okay bitte raus damit was der fuck ist das denn was zur hölle ja das ist gerade das was ich höre sorry aber at the gates ist nicht meine band so raus damit so ja das ist doch viel schöner zannacant das ist doch viel schöner passt doch perfekt gerade zum zum spiel von wegen heulen und so er kriegt ihm dieser fucking hei trinken ordentlich ja ich habe gerade schon großen schluck genommen hatte das spiel rum geht gerade extrem bei mir wenn ich versuche unter was dazu gehen Auch so ein Spiel, was mit Basenbord zu tun hat, was mich ja interessieren würde Ob es bei dir ankommen würde, Shadow Ist, äh Wie heißt es nochmal? Dieses Spiel, wo du wirklich zu 100% Unter Wasser bist die ganze Zeit Äh, Subnautica Ja, genau Vielleicht Vielleicht bist du ja so der Vielleicht bist du so Dieser alternative Basenbaumensch Der nichts mit Minecraft zu tun hat Sondern, sondern alles andere Subnautica Raft Vielleicht bist du so lieber Der Mann auf See, unter See Hauptsache mit See Der Mann unter der See Davy Jones Davy Jones Davy Jones Ich, wow Ich spiel grad einen Dankeschön der Sensei Ja, war es Subnautica Mein Jet ist da auch grad bei mir Subnaut Subnaut Ich weiß nicht Bei solchen Spielen Denk ich mir manchmal Hm Hm Vielleicht wär das was Ja oder Das ist eigentlich so Das ist extrem relaxende, ruhige Spiel Aber dann kommt deine, deine, äh Deine Kranke Ader durch Meine kranke Ader Ja, sorry Nicht so In der Weisheit Und, äh Das könnte dann vielleicht was werden Steicheli Ich glaub, das sind alle HP, die ich opfern kann Schade Das werden wir sehen Ach, mein, mein Schlagzeug schläft wieder, sorry Warte, aber ich kann sehen, wann mir die Luft ausgeht Das muss man mir nicht sagen Das sagt man Schade, deine Luft Oh mein Gott Dieser 5 Sekunden Delay Wir müssen dich warnen Dieser 5 Sekunden Delay Oh Gott Aua Du scheiß Hai Weißt du, der Hai geht mir viel eher auf Auf den Sack mit seiner Scheiße So, ich bin voll Da mal raus Alles klar, Frenny Ich wünsche dir was Danke fürs Einschalten Schön, dass du mich daran erinnert Was, was, was zu trinken Hast ja recht Hast ja recht Das, dass ich mich hydrieren sollte Okay Das sieht doch nicht schlecht aus jetzt Das ist mal Frenny Hackbrat Dankeschön für den Bit Wie viele Ziegel brauche ich für den Ofen Weil das ist jetzt gerade das Wichtigste, dass ich diesen Ofen werde ich kriege Sechs Warte mal Meine Brötchen Ich finde die Nachricht von Katserator gerade toll Meine Brötchen im Ofen haben soeben den Härtungsgrade Diamant erreicht Was hast du bitteschön im Alter Kohlebrötchen? Oder was hast du gemacht? Vor allem wie? Hast du sie einfach vergessen, oder was? Was hast du getan, Katserator? Was hast du getan? Einmal Sand Ich brauche noch einmal Sand Ich brauche mehr Speed Ich brauche mehr Speed Dann kann ich mit meiner Kugel hier richtig tollen Amok laufen Richtig, da glitschst du in den Stein Da zahle ich dir Ich hatte High-Own auch noch No-Clip an Offenbar Muss ich den Baum eigentlich fällen, wenn der reif ist? Und einen neuen Pflanzen? Oder wie funktioniert das? Nee, du bist schuld Ihr habt die Zeit vergessen Nee, 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 nee Nee Das ist deine eigene Verantwortung Wenn du einen Stream guckst Und dir dabei was zu essen machst Und es dann vergisst Da hab ich nix mit zu tun Den Schuh zieh ich mir nicht an Nee Soja nun nicht Soja nicht Soja gibt's mir eigentlich nicht Bei mir gibt's nur echtes Fleisch Ist nicht mal anständig satt Wenn ich den Ofen fertig Wenn ich den Ofen bauen kann So la la Soja Ich denke mal Wir werden jetzt sogar mal Auf den Streak scheißen Und uns jetzt darauf konzentrieren Die Sachen zu machen Von wegen Hole dir dreimal ein Batterie-Item Aus dem Aus dem Shop Hier wird ja noch irgendwo Sand sein Meine Güte Das ist hier Ne Das ist mehr Du bist zu gut Also bist du schuld Ich nehme das Kompliment an Aber nicht die Schuld Hey V-Bag Er guckt mal irgendwas Er guckt was Braucht doch nur einmal Sand Dann musst du sieben mal sieben Nö Erst dann gibt's was zu futtern Ja Das wagst du nicht Steck dich ab Charged Baby Wie gilt das darunter? 9 Volt Battery Car Battery Ey Battery Watch Battery Nope Gilt nicht Scheiße Ich schau mir Ich sag's dir Das hängt mich In einem Komiker Der schrieb Wenn man Kaffee ohne Filter aufbrüht Ist der wesentlich würziger Dafür hörte die Konsistenz Von Torf Alter Ja nee Bringen dich um Auf jeden Fall Lecker Früher hat man das immer gemacht Na ja Hat man den Kaffee einfach stehen gelassen Dann hat man aus dem Kaffeesatz gelesen Kann's doch nicht sein Das hier Und dann hat man gesagt Jo Wenn du deinen Kaffee nicht austrinkst Dann stirbst du Jo Mensch Ich kämpfe gerade Mortal Kombat Style Gegen diesen Hai Weil der mich nicht in Ruhe lassen will Jetzt muss ich aber tatsächlich mal was essen Die Retrovision ist gerade richtig kacke Retrovision Ich habe eine Vergangenheits Zukunftsvision Okay Da wird doch wohl mal Irgendwo Und ich sag dir Hai Ich sag Ich schwör dir Komm mir nicht in die Quere Ich such einmal Sand noch Alter Dann können wir getrennte Wege gehen Das Lied ist gerade auch bei mir Sehr leise Ich glaube ja nicht Du hast gewonnen Nur weil meine Energie am Boden ist Ich komme wieder Ich werde da unten irgendwas finden Was Sand ist Weil ich weigere mich Das Ganze jetzt hier So kurz vor meinem Ofen Sein zu lassen Nur weil sich so ein Hai denkt Boah Wie wäre es Wenn ich mal so ein richtiges Arschloch jetzt bin Oh Angel Zeigt mir gerade den geilsten Laden ever Ich hätte Ich hätte nicht auf Auf Discord gucken sollen Oh sieht ja geil aus Angel Da will ich einkaufen gehen Sobald ich Geld habe Da seht ihr Uns fehlt nämlich nur noch Ein Ziegel Dann können wir uns den Ofen bauen Und wenn wir den Ofen bauen Können wir uns Metall herstellen Können wir uns Metall herstellen Können wir noch geileres Zoll machen Deswegen sehe ich das jetzt nicht ein Bis zur nächsten Insel zu warten Hier muss doch irgendwo noch ein Sandklumpen sein Sand Wir brauchen mehr Sand Weißt du ich suche einen kleinen Sandklumpen Mehr nicht Aber erstmal muss ich was essen Und zur Not Ich lehne mich auch weiter mit Seto Haiba an Da habe ich auch kein Problem damit Seto Haiba Weißt du Dann sage ich mir irgendwann so Mr. Haiba Ich hätte jetzt gerne deinen Kopf Und dein Fleisch Und das grill ich dann Und dann esse ich dich Wie wäre es damit Ich weiß Ich kenne das Lieblingslied von dem Hai Na Hyper Hyper Das Problem ist jetzt wird es auch noch Ich komme hier runter Oh das rote Herz geht als Deaktiviert also die Hure von Babylon So Ich komme ins Wasser Und schon denkt sich dieser dreckige Hai Mir wieder auf den Sack geht Der wird echt Der ist echt aggressiv jetzt auf einmal Ja ist wahrscheinlich wie in Forest Die Bewohner Je länger du da bist Desto aggressiver werden sie Ups So Du Ich drehe mich einmal kurz um Du Hai Hurensohn Das ist der Nerdline meines Versorgens Und gibt es diese One Piece Figuren Gesagt One Piece Figuren sind halt You can't hide Aber You can't hide You can't hide forever You can't shark forever Ich leh mich jetzt hin Wieso kann ich die Flasche nicht Ach egal Fuck it Das ist halt Wer braucht schon Herzenschein You know what Das wird wieder Zeig Anker zu lichten Wir haben alles hier Das wird das fertig ist Erkunden wir neue Neue Momente Neue Neue Dinge Hey mir Raxmi Ich nenne dich jetzt in Zukunft einfach Raxmi Wie wärs damit Raxmi Raxmi So Jetzt können wir weiter Ah Jesus Christ Bad Ist der genau vor mir aufgetaucht Dieser Sack Nein 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 Also ich hab die Ich hab in diesem Raum jetzt schon dreimal überlebt Oder zweimal Weil einfach meine Maske die Träne abgefangen hat Ja Mensch Schuss Wow Hab ich ihn jetzt Wo ich nicht sein will Noch einen neuen Oh Ja wo ich gerade beim Thema Neuer Haken war Neuer Manuel Neuer Der ist gar nicht so neu Sollte mich auch wirklich hinter meinem Eisenball verstecken Hab ich gehört der soll helfen So ein Ding von Ratio Farm Gute Preise Gute Besserung Dieses ekelhafte Auge mit den ganzen Popeln das da jetzt rumfliegt Iiii Iiu 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 Iii Iii Iiii Iiii Iiiiit Kann mir mal einer Der vielleicht ein bisschen mehr Meme-Ahnung hat als ich Erklären was Iiiiit eigentlich ist Iiiiit Iiiiit Ich kenn nur den Meme Iiii Und das ist so ein Dummer Dino Ne Es gibt halt wirklich so Den Ausruf Iiiiit Ist wie Yolo Oder solche Geschichten Also es kann Ich weiß noch nicht mal Ob es eine Abkürzung für etwas ist Aber Ich hab das jetzt Hör das jetzt in so Häufig Einfach Y E-E-T Keine Ahnung du Ich glaub die Leute die das nutzen Das selber noch Manuel ich weiß dass du willst keine Liederanfragen nehmen Aber könntest du irgendwann mal ein Blind Guardian Sacred World laufen lassen Ken Kajuan ist ziemlich lang Und hat eine Minute Intro Ziemlich lang Das turnt mich schon ab Bin ich leider gerade ehrlich Weil Ich lösche schon auch eigene Lieder Die viel zu lang sind aus der Playlist Die mir eigentlich gefallen Weil ich mir denke Niemand möchte sich 16 Minuten lang ein Lied anhören Ich weiß nicht Ein Lied ist so eine Sache Die muss bei mir Sieben Minuten ist schon Obergrenze How do you like my swimming Um einmal nur Dings zitieren zu können Äh Nicht Kauber wie überhaupt hier Golden Boy How do you like my swimming First to make a violent motion of any variety Such as a whip Or any motion that may be associated with a violent camera shake or photo blur Urban Dictionary Für Jeet Ich kenne Jeet einfach nur als Ausruf von Das finde ich gut So Jeet Finde ich gut Dass das passiert ist Jeet Aber nicht halt als Aggressiver A camera shake Das Überrascht mich jetzt Urban Dictionary lügt Ne aber Das ist okay Wenn das was wirklich ist Dann Seltsam Schmelzofen Schmaufen Schmaufen Den baue ich aber erst in meine Zweite Etage ein Oh Der werte Herr hat eine zweite Etage auf seinem Floß Ich baue jetzt Ich werde jetzt zumindest dran bauen Ich bin ja mal ganz ehrlich Du machst mir eigentlich auch sogar ein bisschen Lust auf Auf das Spiel Dieser dreckige Ich frage mich halt wirklich wie der Multiplayer von dem Spiel wäre Geht das überhaupt Multiplayer? Ja das hat Multiplayer Wie? Wie heißt das Spiel? Raft Raft Es hat ein Multiplayer Raft Raft So Und somit lebte Seto Haiba Die Betonung bezieht sich auf lebte Ja das ist ja immer die Frage ob man so ein Spiel überhaupt raft Warte 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 Banane War denn da für Fundamente oder recht normaler Holz wäre? Was ich halt toll finde an dem Delay ist, dass man so was machen kann. dieses Oh, warte ich habe eine kleinen Idee hierfür. Oh, warte mal, da fehlt mir einen Nägeln. Was ich, was ich mir bei Aurons Witzen halt immer denke, ist folgendes. Ich habe so eine Idee, die ich benutzen will für zwei Etagen eigentlich. Ich spiel grad nebenbei Shantae in The Pirates Curse, das soll auch verdammt gut sein. Steht auch noch auf meiner zuzuspielen-Stream-Liste. Was ist das denn? Oh, warte mal, das ist ein Hering, den brauch ich doch für links. Kommt's gar nicht. Oh. Alter, what the fuck? Was ist das denn? Das war der Sound, nur irgendwie zwanzigmal gecued und dann einfach instant hintereinander. Kann ich das denn einfach, kann ich das doch steuern? Moment. Was brauch ich da für'n... Alter! Das geht sogar! Warte mal, was haben wir denn noch? Wo kann ich das spawnen? Hm, ich könnte... Ah, mach mal den mal. Wie klingt das denn? Aua. Okay. Sorry. Das war Uaaah, Chopsui. Wie zwanzigmal. Hashtag sorry not sorry. Das hab selbst ich abgebrochen, weil es zu laut geworden ist. Ah, there we go. Aber... Muss ich wirklich immer Säulen bauen, damit ich hier weiter nach oben bauen kann? Mhm. Scheinbar. Scheinbar. Scheinbar muss ich da oben so ne... Also muss ich immer so mit Säulen arbeiten. Dafür brauch ich wieder Nägeln. Das klingt, als würde jemand die Treppe runterfallen. Wie klingt denn bei dir, wie jemand eigentlich die Treppe runterfällt? So wie wenn Mario die Treppe runterfällt. Brrrrrr. Ja, das muss ich so machen. Und das hält? Mit Flextape hält das. Using only Flextape. Was ich eigentlich noch erwartet hätte, ist, dass er ein so aus Pappmaché und Flex Tape ein Boot baut und mit dem eigentlich nur noch rumfährt. Ah, ich kann an einer Säule vier... Ah, okay, gut, ich verstehe. Da erwarte ich eigentlich sogar gute YouTube-Pups mit diesem, äh, mit diesem, äh... mit dieser Werbung. Kommt da einfach sowas vorhin? I made a boat out of Flex Tape! I saw my Flex Tape in half! Don't you challenge me! Oh, nett! Ja, doch, ich verstehe, okay. Ich muss sowieso hier nachher einiges entfernen. Äh, X hier. Das können wir ja schon mal wegnehmen. Dann kann ich gleich mal testen. Ah, okay, das wird dann einfach so entfernt. Obwohl, ich kann sie ja einmal benutzen. Äh, pack mal den Steinbrech. Doktor... Ach Gott, der Run is over. Doktor Fetus, egal. Blech. Blech. Doktor Fetus ist ein dummes Item. Mag kein Mensch. Ist kacke. Und es stinkt. Hey, Dragon Shad. Das ist sowieso. Das ist schon der nächste Hai. Jetzt ist die Frage, was ist der nächste Hai? Wie heißt der jetzt? Hohl. Einfach nur Hohl? Nein. Ich wollte gerade sagen, also, da hätte ich jetzt... Ben Wimms. Ja, so ein Bisseres erwartet. Ja. Hyrudin. Hyrudin? Okay, Hyrudin, der magische Hai. Na, ganz toll. Hyrudin, der magische Hai. Ich muss das gerade mal überlegen, wie ich das am besten mache. Heiko. Heiko ist auch nicht schlecht. Brimstone? Nein, aber schade. Book of the Dead. Hier auf jeden Fall. Weißt du was? Wir rerollen diesen Run nochmal. Denn ich möchte gerade unbedingt, das Batterie... diese Batterien... dieses Batterien-Achievement haben. Deshalb versuche ich, das jetzt geradezu ein bisschen zu forcen. Deshalb nicht wundern, aber... wir machen mal so die ersten... bis zum Mom-Fight höchstens. Oder bis wir ein Scheiß-Item gekriegt haben. Wegen Curse of the Blind oder so. Und... gucken einfach mal, dass wir diese Batterien-Items aus dem Shop bekommen und mindestens einen Trinket, einen Batterien-Shrinket halt. Wir müssen nachher vor Regen geschützt. Oh ja, Regen. Oh geil. Regen. Ich bin auf Vorher See. Regen. Mein Arch-Nemisin. Sega. Ich kann hier noch ein bisschen weit... Ich kann hier auch noch in die Richtung. Das wäre, glaube ich, sogar besser. Ich habe zwar keine Range. Also ich habe jetzt irgendwie eine Tränenrate und eine Reichweite. Jetzt hätte ich gerade Number One oder Number Two? Nee, Number One aufgenommen. Number Two. Aber, äh... Heiko Number Five. Heiko Number Five. Okay, der Kerl ist... Also der neue Hai ist echt aggressiv. Meine Güte. Der hat Hunger. Ich könnte Wände bauen, ich weiß. Sind die nicht alle aggressiv? Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der ist noch aggressiver als der Rest der Bande. Ha. Ich brauche mehr Geld. Gib mir mehr Geld. Das sage ich mir auch ständig. Hier ist zwar Geld, aber ich habe nicht genug Bomben, um mir Zeug zu machen. Fuck. Ja, entweder ist der Geheimraum hier. Nee, aber hier ist schon mal Geld. Oder er müsste... Hör mal so. Hier sein. Er könnte aber auch da oben sein. Ach. Ja, hier ist er. Okay, gut. Bomben. Das ist zumindest schon mal ein bisschen mehr Zeug, was ich dadurch kriege. Kann ich dich sprengen für Geld? 5 Pennys sind schon mal viel wert. So, dann kann ich nämlich hier oben den Schmelzofen bauen. Ich kann sogar die Platte noch mal ein bisschen weitermachen, als ich gedacht habe. Warte mal hier. Der ist Options. Das ist alles nicht so das, was ich wollte. Bitte, bitte kein Item. Es ist okay. Es ist alles okay. Oh, warum der Ragman? Der Ragman. Der ekelhafteste Boss im Basement. Gut, mit der momentan Tränenrate ist er sogar easy. Wow. Mensch. Ich sage ja immer, dass ich den hasse, den Typen, aber jetzt ist er ja. Mensch. Das war ja keine Herausforderung, der Mensch. Die Box. Haben wir denn noch schönes drin? Wishbone ist ganz interessant. Zavardo. 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 So, wollen wir denn noch das Zeug. Da mal los. Okay. Ah, yes. Okay. Auf jeden Fall, hier oben kommt der Ofen hin, so viel ist man sicher. Den baue ich jetzt ja auch. Und zwar... Oder warte, bevor ich das mache, Wände. Ah, da brauche ich Blätter für. Balletter. Oh, so eine halbe Wand, ne? Hätte ja auch was für sich. Halbe Wand? Meinst du einen Zaun? Ne, so eine... Ist das denn so richtig oder sieht das merkwürdig aus? Was ist, wenn wir das... Ne. So, kein Holz. Obwohl. Moment, ich kann rerollen. Ich kann rerollen. Du kannst dich umrollen. Das ist eigentlich eher... Das ist ja gerade interessant. Oh, shit. Dann ist ein Raft gewesen. Ups. Egal. Du kannst mal sehen. Ich bin so sehr damit beschäftigt, hier jetzt, äh... Stimmt. Da wollte ich dich auch noch mal fragen, was, äh... Das hatte ich letztes Mal gesehen. Das hast du aber einfach total ignoriert. Oder zumindest halt, wo ich den Stream geguckt habe, dass da einfach so ein anderes Boot rumgefahren ist. Ja. Können andere Boote existieren? Ja. Das sind dann einfach so andere Rafts. Kannst du dann einfach sagen, so, das gehört jetzt mir? So, dass du dann sagst, so... Ich geh da hin und greif mit deren Zeug, also... Hm. Ich seh da nicht das Problem. Ich mein, es ist unbewohnt, da lebt keiner drin, also sag mir, jup, ist jetzt mein shit. It's... die Ebene noch mal neu spielen dürfen. Und noch mal eine Ebene mit einem Shop wäre mir sogar ganz nett, ganz lieb. Sieht ihr, das sieht auch... Vor allem, so haben wir hier noch alles im Blick. Das ist auch irgendwie nice. Wobei, vielleicht sollten wir eine... Hm... Ja, ist aber scheiße für dich, wenn er sich heute wehgetan hat. Einfach mal mit Planken vollstoffen. Dann schauen wir da gleich mal das, äh... unser Metall rein, was wir haben. Ich liebe es, wenn das ein Game dir ein Item gibt und der nächste Raum ist einfach dadurch so um so vieles einfacher. Wow. Das sieht mal echt krass aus. Noch ein Bett hier oben? Ja, soll ich gleich mal so eine doofe... Oder ich packe mein Bett generell hier nach oben. Hm... Sofern der Arsch nicht wieder... Ich geh nochmal zurück zum Stopp. Ich brauch auch echt einen krasseren... Speer. Speer, Speer, Speer. Hm... Um es eine Lanze bauen. Lichtquellen wären auch nicht... Es wäre eine Menge Dinge wären nicht schlecht in unser aller Leben. Baut ihr eine helle Barde? Eine helle Barde? Hm. Ich baue mir Ex-Kalibur. Riecht in so eine fette Sense oder so, wenn er, äh... in der Heide dann, äh... kommt dann, äh... machst du dir noch eine Kutte. Das ist ja gut. Dark! Darkness! Dann kommst du ja nie wieder. Machst du dir auf deinem Raft einen Zassel-A-Mail-Cosplay. Dann ist alles, alles fancy. So, ich penne jetzt halt bei meinem Schmelzofen. Oh, nice. Krieg ich dafür einen Stein? Nö. Nö. Natürlich nicht. Ah, jetzt haben wir den Metallbarn. Hallo, Monster. Das dauert ja gar nicht so lange. Brrrr. So. Brrrr. Brrrr. Okay. Easy. Pillen! Ui. Oh, einen stationären Anker. Oh, wie cool. Metallspeer. Ja, weißt du, jetzt, wo wir Metall und alles haben, ne? Fortschrittlicher Grill. Schau mal, einer, guck. Schon können wir uns hier... Leben wir auf einmal wie Bob Ross. Okay. Und haben fröhliche, kleine Unfälle. Happy Little Exiles. Weiß nicht, fröhliche, kleine Unfälle, so auch vorher sehe ich, weiß ja nicht. Ich glaub, der muss jetzt gefällt werden, sonst. Ach, guck mal, wir kriegen ja Mangosamen wieder rein. Können wir gleich den nächsten bauen. Du kriegst Mangos wieder rein? Ja, also ich krieg hier Mangosamen. Ich kann also oft mal wieder... Ah, ich wundere, ich wundere, ich wundere, ich wundere, das ist was anderes als Kartoffeln in diesem Spiel, in diesem Spiel gibt. Ich hab schon Mangos, Wassermelonen hab ich gefunden. Geil. Kannst du dir alles anbauen, finden, Dinge tun. Ich mach dem Kater-Spiel wirklich schmackhaft, ich merk's schon. Mhm. Das, was ein Let's Player tun soll. Mhm. Ich bin übrigens anheuerbar. Support me on Patreon. Nee. Warte mal. Stimmt, Ananas gibt's auch. Oh, perfekt. Ananas. Hab ich auch schon, hab ich auch schon mehrfach. Kann man die auch, kann man die auch einfach so da hinlegen, so, dass man denen dann ein Gesicht zeichnen kann und dann als besten Freund... So, weil ich weiß noch nicht, aber... Oh. In Ananas ist ein Enzym drin. Das nennt sich... Ähm... Andy. Humidion. Humidion. Fakten von Auron. Warum weint Auron so viel her? Das ist ein schönes Gewächs, also ein schönes Enzym, was quasi verdaut. Und wenn du dann Ananas isst, verdaut es deinen Mund. Darum ist Ananas sauer. Yes. Und was ich jetzt gemacht hab, ist, ich hab mir jetzt eine Hai-Trophäe. Oh mein Gott. Ha. Ah. Also, wenn du Ananas isst, isst die Ananas in Wirklichkeit dich. Ja. Kommt die aus Russland? Nee. Oh. Das passiert mit Hai. Okay, erledigt. Das passiert mit Hai. Das passiert mit Hai. Ich dachte, ich könnte da mehr schreiben. Ich kann noch so ein Ding machen. Okay, warte mal. Wow. Hätt ich wirklich das, äh... den Lack abnehmen sollen? Hm. Ja, stimmt. Du bist ja auf hoher See. Ich hatte halt Hunger. Oh, das wird nicht besser hier, Kinders. Das wird nicht besser. Oh, jetzt kann ich mir so einen Grill machen? Ja, wenn ich noch einen Metallbahn hab? Ja. Oh, wie cool. Kann ich mir so einen richtig coolen Grill machen? Das ist so ein großer. Dann kann ich endlich mal diesen einen übergroßen Fisch grillen, den ich seit Ewigkeiten in meiner Truhe hab. Der ist bestimmt noch gut. So, Keks. Dann hast du einmal ein paar Teilchen. Ach, danke dir, Auron. Moment. Ah. Die würde ich dir persönlich empfehlen. Also, das ist alles DDR4, dann, ne? Richtig. Ja, musst du. Es gibt kein DDR3 mehr und einen alten CPU und so zu nehmen. Das kommt alles aus der DDR. Ja, die DDR ist jetzt schon die vierte DDR. Ist ja jetzt schon DDR4. Okay. Bist du irgendwas bei 350, denke ich. Ja, das geht. Und ich hab dir den Prozessor ausgewählt, weil ich denke, dass der dir am meisten bringt. Okay. Könntest du auch einen Zwölfkerner haben, wenn du möchtest. Das ist, glaub ich, ein bisschen extrem. Wie viele Kerne hat der jetzt? Der hat sechs. Das ist voll und ganz ausreichend. Zwölf ganze Kärnchen. Ja, das sind immer trotzdem sechs Kerne zur Zeit. Außer du holst dir einen mit 16 im richtigen Kern. Und ich weiß nicht, was ich hab. Ich hab einen Achtkern, einen alten. Könnte sein, dass ich so einen hab. Oder könnte auch sein, dass ich nur einen Vierkerner hab. Hm. Meiner ist schon ziemlich alt. Ich weiß nicht, was ich damals meinen bekommen hab, dass Stampus dann irgendwann um die Ecke kam und gesagt hat, so, ja, Keks, pass auf deinen Rechner auf, nicht, dass ich dir deine Kerne... Das weiß ich noch. Keks? Ja. Hab ich dich einfach nur leiser gestellt? Oder bist du gerade momentan einfach, äh, von deinem Mikrofon abgewandt? Es kann sein, dass mein Mikrofon gerade arschleise ist. Ja, doch. Also mittlerweile sind, glaub ich, bis zu 32 richtige Kerne möglich. What the fuck? Das ist so eine Menge Kerne. Ähm. Ja, je mehr Kerne, desto besser richtig. Die musst du aber dann doppeln, also verdoppeln meistens, dann hast du die Anzahl, die angezeigt wird. Dann hast du 64 Kerne im Prozessor. Geil, Nintendo 64. Auf jeden Fall, der CPU ist jetzt ein Intel-CPU, kein Reisen. Ja. Hättest du eigentlich normale... Da kostet ich auch viel mehr, aber da hast du meistens die bessere Performance für dich, denke ich mal. Okay. Was sind die meisten schneller, was einzelne, einzelne Tasks angeht, sind die schneller. Okay. Also, ähm, wenn die ganz viele CPUs haben, weil es wird nicht so unterstützt, dann ist meist der FPS-Zahlen niedriger. Okay, äh, Angel sagt gerade wirklich, äh, Keks ist heute sehr leise, hat er heute schon gehört. Also, bist du heute scheinbar irgendwie heute voll, voll, voll der Leise. Ja, es kann sein, weil, äh... Jetzt bist du perfekt. Ja. Ja, ich hab noch nicht gesehen, ich hab einmal ein Mikrofon bei meiner Aufnahme was eingestellt gehabt, weil wenn ich Revelations 2 aufnehme, äh... Das ist von Ubisoft, ne? Nein. Oh. Komm, äh, nee, äh, schließe ich mal ein Mikrofon an meinem Laptop an und nehme mit dem Laptop meine, äh, Voice-Lines auf. Ah. Hä? Ich such gerade was. Ach, hier ist das Beet. Er sucht was. Wow, das ist eine Insel. Eine Insel. Ich frage mich ja manchmal, ob man wirklich einfach von einer Insel aus leben könnte. Dass man einfach sagt so, fuck Raft. Ich bleib jetzt für immer auf einer Insel. Bestimmt. Geil, ich hab den dauerhaften Phoenix Wright-Modus. Ich kann meinen Finger nicht mehr... Mein Finger will nicht mehr aufhören, irgendwo hinzuzeigen. Dö, 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 dö. Alter, und da ist einiges. Da müssen wir hin. Hier könnte es sein. Ja, und wir crashen auch noch genau in die Insel rein. Das ist also perfekt. Vor allem langsam sieht es hier auch noch was aus. Also ich meine, meine Güte nicht. Meine Güte nicht? Jetzt ist das selbstverfällig. Weißt du, Mensch ist kinder, ist nicht? So. Wir gehen an Land. Es ist nicht nett, auf Inseln zu zeigen. Ich weiß. Sorry. Ich entschuldige mich auch später bei der Insel. Oh, das ist ja interessant. Dass Fliegengegner dich nicht treffen. Ich glaube so ein bisschen hier noch hin. Oder doch? Oder schaffst du es? Ich wollte... Das ist interessant. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich vielleicht den Wishbone aktivieren kann, aber das war jetzt gerade interessanter, die Fliege beim Struggle hinzuzusehen. Ob sie mich trifft oder nicht. Könnte hier auch sein. Äh, wo zieht der Anker mich jetzt hin? Wie weit habe ich den geschmissen? To infinity and beyond. Ich merke schon. Aber erst mal habe ich Durst. Ist mir Wurst. Ich habe Durst. Dann trink was. Ja, mach ich doch auch. Ja, und wahrscheinlich, dir würde Plastik zu schnell ausgehen. Aber kann man nicht einfach, sag ich mal, ein riesengroßes Raft bauen, was halt diese Auffangstation überall dran gebaut hat? Was halt über die ganze Sache, vor die gesamte Insel geht oder so? Ich meine so, das sind nur so Sachen, wo ich mir denke, so, wie kann man ein Spiel spielen, ohne das zu machen, was das Spiel dir eigentlich vorgibt, zu machen? Das ist genauso wie bei Fallout 4, wie ich das gemacht habe. Normalerweise sollst du ja von unten in das Museum am Anfang reingehen, dann dich halt durch das Museum kämpfen, halt mit Preston und so weiter zu verdrehen, die dir dann sagen, ja, da oben ist übrigens der Helikopter abgestürzt, die haben eine Powerrüstung und eine Minigun. Warte mal, was ich gemacht habe. Ich bin in die Kirche nebenan reingegangen, aufs Dach, bin vom Dach auf den Helikopter gesprungen, habe mir die Powerrüstung gehört, von oben in das Museum rein und habe da erst mal abgeschossen. Chaos, Kopf. Ja. Ich bin ja erst mal weg. Und danke dir, Auron. Kein Problem. Das war wieder mein, ich habe das Spiel so oft gespielt, jetzt will ich es kaputt machen, Modus. Habe ich halt die ersten Raider so da, die eigentlich so die Tutorial-Gegner sein sollen, mit einer Powerrüstung und einer Minigun zu stören. Ja, warum nicht, ne? Es war zwar ein bisschen friemelig, aber es ging. Also wenn ich Spieletester gewesen wäre, ich wäre der perfekte Spieletester, bin ich ganz ehrlich. Du versuchst das Spiel so kaputt zu machen. Ich würde konstant versuchen, das Spiel kaputt zu machen. Ich wäre der perfekte Spieletester. Wenn ich in der Spieleindustrie arbeiten würde, gäbe es keine verpackten Games mehr. Zumindest die Games, bei denen du landen würdest. Ja. Also auf jeden Fall bei Bethesda hättest du einiges zu tun. Definitiv. Also ist ja auch von Bethesda, Fallout 4. Also da könnte ich, ich würde alles Mögliche versuchen. Ne gut, so bestimmte Glitches, die kriegst du erst raus, wenn du einfach zufällig drauf stößt. Wie zum Beispiel der, das sogenannte Slingshot-Car. Es gibt irgendwie so ein Auto, wenn du daran vorbeiläufst, dann ist das wie die Schaukeln GTA 4. Du wirst einfach in den Himmel geschleudert und bist instant tot. Spaßmobil. Ja. Sag mal lustig aus, der Glitch. Some Glitches so an sich, die sehen immer witzig aus. Ich liebe generell alles, was irgendwie Ragdoll oder halt wegschleudern macht in Spielen. Sei es intended or not. Solange ich irgendwas durch die Gegend schleudern kann oder ich durch die Gegend geschleudert werde, bin ich da voll der Fan von. Wie das Baby. Schmeiß mich. Wenn du das noch einmal machst, dann schmeiße ich dich durch die ganze Küche. Du bist scheiße. Schmeiß. Scheiße. Ich liebe Ragdoll oder halt. Wenn irgendwas durch die Gegend geschmissen wird oder man sich durch die Gegend schmeißen lassen kann. Deshalb mag ich auch am meisten so in solchen Waffenspielen irgendwas, was halt wirklich so Pushback hat. Steamshell. Planken habe ich wirklich genug. Das Ding ist, dass du davon lebst, dass dein Floß dem Müll entgegentreibt. Von daher würde dir der Müll nicht schnell genug in die Netze gehen. Oh. Oh. Also kann ich das Spiel nicht kaputt machen? Versuch's doch. Jetzt muss ich einmal runter. Mir neue Steine. Verbräuchte ich erst mal Raft. Leute, besorgt an die Raft. Ey, nicht... Ach Gottchen. Jetzt hast du mir das angestellt. Gerne. Ich hab doch erst gestern von, äh... War es gestern? Ne, vorgestern. Von... Oder gestern? Vorgestern? Von Flojo habe ich auf jeden Fall zwei Spiele gekriegt, die ich sowieso nochmal anspielen will. Möchte. Modora und... Pidde? Ich glaube Pidde. Pidde? Ich weiß noch nicht mal mehr, worum es in Pid überhaupt ging, aber es sah cool aus. Daran erinnere ich mich, dass ich irgendwie die... Wie das Spiel aussah, geil fand. Keine Ahnung, was es ist, aber es sieht cool aus. Ja. Irgendwie so. Also es hat einen schönen Artstyle. I found Pidde. Oh, Toxic. Gerne. Toxic schockt mir mich gerne. Mehr Schock. Ich merke gerade, ich bin am... 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 Am verdunsten. Äh, am verdursten. Macht nix. Nein! Ich will kein Range down. Ich will Range up. Ich will nach oben. Das wird mein Typ schon überleben. Ich hab die Steine vergessen. Ja gut, jetzt muss ich sowieso einmal runter. Ich Vollidiot. Ich kann mir sowieso jetzt einmal was zu trinken sagen. In Schock. Little Clips hat aber bei Shadow schon ein paar Mal gefragt, ob er dir einen Raft, äh, ob er einen der Raft-Keys, die ich noch hab, für dich über... Was? Hä? Äh, 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 hab bei Shadow schon ein paar Mal gefragt, ob er einen der Raft-Keys, die ich noch hab, für dich haben will. Nur ich merk schon, dort werd ich auch und da und überlesen. Falls du willst, gib Bescheid. Ha. Also, Interesse hätte ich ja schon. Ich mag so diese... Diese Bau-Keys von Little Eclipse. Von wem ist das? Von Little Eclipse, warte mal. Little Eclipse. Ich scrolle und 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 scrolle. Kann auch sein, dass es vielleicht im heutigen Streaming nicht war, sondern beim letzten... Und jetzt sind wir schon wieder bei Elko und ich... Little Eclipse. Ah, hier, warte. Darf ich euch beiden in Kiefer-Raft... Ach, hier, da, Tatsache. Hab ich tatsächlich... Ja, ich mein... Es wurde nur einmal gesendet, okay. Da hab ich das nicht gesehen, dann tut mir das leid. Da hab ich nicht mit mir aufgepasst. Ich mein, wenn du möchtest und dafür sonst keine Verwendung hättest, ich würd's definitiv liebend gerne annehmen. Aber dann können wir das mal im Multiplayer spielen, das ist mir auch ganz witzig. Das wär definitiv eine Sache, die ich liebend gerne tun würde. Oh, das wär Faden. Sei nur darauf gefasst, dass ich komische Sachen habe zu bauen. Braucht nix. Und die voll aus... Die voll auslebend werden. With one design. Oh, Gott. Wenn ich jetzt aber direkt über Stream schicken, dann weiß ich, dass es auch ankommt. Tu it, uh, tu it, these little clips. Mach da bloß nicht irgendwie über irgendwelche Ecken oder so. Eben. Ist meistens nicht gesund. Ja. Ich hab noch drei Stück und zwei meiner Freunde, äh, würden den noch wollen. Heißt, ich hätte einen über. Achso, hör den. Wie gesagt, geschauten Gaul schaut man nicht ins Maul, besonders nicht bei einem Spiel, was, äh, was sogar interessant aussieht. Ah, ah, fuck. Ich hab hier unten einiges an Zeug. Ich hab noch ein paar Aufladungen übrig. Ich dachte, die kann ihm ausweichen. Ich sponsor dir gerne sowas. Oh, das ist lieb. Das ist voll lieb. Dankeschön, little clips. Übrigens, äh, seh ich gerade, dass mir noch, äh, dass mir noch der Edu-Kuhn, der Edu-Kuhn gefollowed hat. Vielen Dank dafür. Oh ja. Double Shot. Mehr Blitze. Bin ich für. Boah, falls es überhaupt. Ja, doch, es funktioniert. Alter, diese Blitze. Ich liebe es. Blitzgewitter. Erstmal wird alles im Raum vergiftet, weil ich reinkomme und dann geht's noch Blitzgewitter. Ich bin so, toxic, toxic sparks. Alter, manchmal interessiert's den Hai überhaupt nicht, was ich mache. Und manchmal sieht er nur, alter, der Typ ist im Wasser. Better fuck him up. Nee, bei Hohl bin ich nicht in der Freundesliste. Äh, wenn du mich auf Steam suchst, dann suche nach Nonsense Andy. N-O-N-S-E-N-S-E. Dann halt Andy. Mit der Psycho-Name am Ende. Nonsense, man. Nonsense Andy. Ich hab momentan... Was hab ich als Profilbild? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Äh, ja, mein, mein Avatar. Halt diesen Katzen-Avatar. So, so. Neko mit viel zu großem, äh, Kopf und, äh, grüner, grünem Pfotenabdruck, äh, auf der Kapuze. Hm, schicke ich dir eine Freundesfrage und sobald du dann annimmst, schicke ich dir ein Key als Steam-Geschenk. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich hab, äh, hatte letztes Mal irgendwie gelesen, so von wegen, dass man erst eine Woche oder so mit jemandem, äh, befreundet sein muss, bevor man das darf. Aber, versuch es. Glauben nicht. Das war, glaube ich, League of Legends oder so war. Ja. Also, ich hab Steam jetzt offen. Ich hoffe, dass es, äh, dass es ankommt. Und, zur Not machen wir das irgendwie über, über Mittel und Wege. Ja. Wege und Mittel, Mittel und Wege. Äh. Ich dachte jetzt, wir spielen auch momentan halt auf Steam-Nix zusammen. Ich glaub, die einzige, die ich hier in der Freundesliste hab, ist Vivi. Von euch. Und, hab ich dich hier in der Freundesliste, Shadow? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht, nee. Das müssen wir auch noch machen. Falls wir, falls wir das in Multiplayer spielen wollen, dann müssen wir das auch noch machen. Ja, doch, das wär von Vorteil. Ja, doch. So, dezent. Yo, man. Gib mir nen Shop. Alter, cool. Oh, jetzt hab ich nen großen Grill. Ich brauch mir Batterien. Endlich kann ich mal den rohen, Alter, dieser rohe Welt. Ich geh bei Steam ohne Probleme. Jesus. Das einzige, was rumbackt. Okay. Lots and lots of fish. Wenn du das Geschenk annimmst, dann nicht wundern wird. Bibliothek in Zirkelfeld steht ewig da. Ich war, ich hab's letztens, ich hab's gestern, vorgestern, äh, auch schon gehabt, so. Da wurde mir auch was gegiftet und ich hab auf, auf Annehmen geklickt. Und es ist, stand auch noch nach drei Stunden da, also. Und dann ist es trotzdem in der Liste, ja. Ich weiß nicht, warum die das nicht gefixt kriegen. Willkommen zurück, Hackbraten. Und danke für die Witz. Das ist, das ist schon ein Problem, ein Problem, was schon seit Ewigkeiten beherrscht. Oh, ja. Wo krieg ich diesen Kletterpflanzengliver her? Kletterpflanzen? Ja, ich, ich, es soll wie Leim sein, aber. Keine Ahnung, ich hab das mal bekommen irgendwo und dann nie wieder. By the way, das wie schon wieder irgendwie aus meinem Floß was rausgebissen. Während ich weg war. Ich hab mich zu hören, Hackbraten. Und danke schön für die Bits. Alter, ich kann's aber nicht ganz glauben. Ich bin nur ein paar Minuten mal an Land irgendwo. Und schon denkt sich dieses Mistvieh, alter, ich fress mal dein halbes Boot auf. Ach, Mann. Auch wirklich diese, diese, diese Combo, die Katze Rater angesprochen hat. Von wegen zwei Steam-Sales und dann einfach alles gratis bekommen. Und dann am besten mit diesem, äh, Refresh-Item noch. Was einfach konstant das, äh, den Shop nachfüllt. Brauche ich gerade. Umfahrbahn. Findest mich nicht, warte. Ich geb dir kurz, ich geb dir kurz den Link. Äh. Glas. Warte mal. Das ist der Link. Was? Control and Disconnect? No. Kann auch sein, dass ich das eingestellt habe, dass man nämlich nicht finden soll. Wo ist mein Spiel? Ich weiß es nicht. Ach, scheiße. Mein Spiel ist ja kaputt. Äh. Ich mein, ich mein, wie, 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 wie soll ich es anders machen, Little Clips? Dachte ich mir einfach so, fuck it. Ich schreib das jetzt einfach so rein. Mann, gib mir doch mal die richtigen Items. Die guten, die good shit. Bist du spärlich bewaffnet? Ja, bin ich jetzt wieder, Hakbraten. Das bin ich wieder. Jetzt bin ich spärlich bewaffnet. Auch wenn es ein tolles Item ist, ich mach den Run sowieso nicht weiter. Manchmal kommt dieser dreckige Hai einfach aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Hör doch noch ab und zu deinem Spielekiss, Fazit, darf ich was vorschlagen. Da fuhrst du, Little Clips, sag mir bestimmte Sachen so. Ich bin echt wählerisch, was momentan auf Steam so rumrennt an Spielen. Ich hab da echt so einen komischen eigenen Geschmack. Das wäre sogar doof, wenn ich das mitnehmen würde. Ich meine, es wird mir ein Tieres abgeben, aber mir auch nicht. Wo ist dieser Hai jetzt hier wieder hin? Hat er jetzt keinen Bock mehr? Hat er jetzt einmal den Sack dicht? Ach, Mann. Ich wollte es ja gerade betonen. Gucke ich dann später rein, Little Clips. Gucke ich dann später rein. Ach ja, willkommen zurück, Hackbraten. Auch von mir, bei mir und so. Ich meine, du hast ja vorhin schon Bits gesagt, dass du gesagt bist, dass du gesagt hast, dass du hast Good Law gespielt. Satzbau 1a. Guter deutscher Bürger. Satzbau gut. Okay, weißt du was? Wir kriegen das wahrscheinlich sowieso nicht hin. Sag mal, mach ich jetzt den neuen Run. Und zwar gehen wir jetzt zu The Lamb. Ohne, okay. Das, ähm, Moment. Mein Controller hat gerade irgendwie Spackungen. So, jetzt machen wir den folgenden Run. Wir gehen zu The Lamb. Ohne irgendwas aufzunehmen, außer Schlüssel. You're fucking serious? Du dreckiges Mistvieh. Ich springe ins Wasser und im genau selben Moment denkt er sich Was soll ich jetzt mit einer Muschel? Two of Spades. Das ist sogar gut. Ach, Moment. Das, ich hätte, ich hätte die Karte auch nicht aufnehmen sollen, oder? Warte, lass mich nochmal gucken. Ah, hier. Moment. Vogelnest. Darf ich Karten aufnehmen? Ich bin erstmal kurz weg. Ich bleibe zwar noch in der Kopf, aber ich bin auf stumm taub gestellt. Taubstumm. Alles klar. Hoi. Ja, klar. Und ich bin gleich wieder da. Jo. Ähm. Okay. Jetzt kann ich ein Vogelnest herstellen. Nee, warte. Äh. Das habe ich ja alles schon. Äh. Eine Sauerstoff. Ich kann mir irgendwann eine Sauerstoffflasche herstellen, Alter. Cool. Ähm. Zack. Ich weiß halt nur immer noch nicht, wie ich an diesen Glimmer komme. Kein Benutzer gefunden. Gegensatz kannst du mich gerne besuchen. Ich heiße überall gleich. Also heißt du LTTL E Unterstrich Eclipse auf Steam ebenfalls. Dann suche ich dich. Weil ich kann sein, dass ich das irgendwie eingestellt habe, von wegen, dass Leute mich nicht finden sollen. Warum auch immer. Ich das gemacht habe. Ähm. Ich muss mal kurz gucken. Isaac Achievement. Hm. So, Moment. Ähm. Ach, wie heißt denn das jetzt nochmal? Key? Irgendwas mit Key. Äh. The Key? There we go. Äh. It's The Key. Defeat Lamp without taking Hearts, Coins and Bombs. Also darf ich Karten nehmen. Gut. Das wollte ich wissen. Dann suche ich dich mal kurz, LTTL Eclipse. Moment. Mensch. Oh, Alter. Kann ich dich gerade markieren? Fuck it. Wir machen das anders. Ähm. Ha ha. Community. Startseite. Äh. Person suchen. LTTL E. Unterstrich Eclipse. Eclipse. So, Freundschaftsfahn, Frage ist raus. Ranken in die Schmelze hauen. Moment, Ranken? Du meinst hier Blätter? Da merkt man erstmal, wie wichtig hier die, äh, der, der Schmelzofen ist. Ne, bevor, bevor du dich jetzt noch da versuchst, ewig lange, äh, ne, damit rumzuschlagen, mich zu finden oder so, machen wir einfach andersrum. Ich kriege dich hinzu, Freddy Aruf. Ähm, guck mal ein Soundboard, lass mal ein Soundboard. So, also das darf ich mitnehmen, ist gut. Ach, Seetang. Ah, ja, ne, warte, Seetang hab ich. Tangsee. Tangsee. Das tangiert mich nicht. Kann ich Seetang auch einfach so da aus dem, ich mein, ich seh ja hier Seetang. Kann ich das irgendwie abernten? Nein. Oh, jetzt hab ich den Runt schon verkackt. Wow. Das ist schwer. Das ist schwer, so schwer als gedacht. Ich wusste noch nicht mal, dass, ja stimmt, Flojo hat mir ein, äh, Gift gemacht. Also, ja, klar, hat Flojo mich drin, aber ich hab da irgendwie nicht dran gedacht, sorry. Er hat dir ein Gift gemacht. Er hat mir, er hat mir was gegiftet. Wieso, wieso, wieso disconnected gerade die ganze Setman-Control oder was? Wir machen das mal anders. Anderen USB-Slot. Oh, jetzt muss ich Isaac wieder zumachen. Wups. Moment. Äh. So. Wieso geht denn das jetzt hier nicht? Ernsthaft, musst du dich jetzt installieren auf dem anderen USB-Slot? Wirklich? Tatsache, glibber. Ist ja voll easy. Voll praktisch. Hier, Laterne. Ja. Ich hab doch Klanken mitgenommen. Höh? Bin ich auf dem Kompletten? Ach, ich bin voll. Oh. Controller, was hast du denn gerade? Warum, warum installierst du dich denn nicht? Ey, quäl nicht. Du hast aber zu wollen. Das ist ein Scheiß. Hört sich ja gar nicht ein. Äh. Pff. Dann halt nicht. Dann halt doch hier. So. Mein kleiner Schrein. Damit Haie wissen, was hier Sache ist. Ach ja, ich muss ja das ja als aktives Fenster machen. Tatsache. Und dann könnte ich mir mit Kunststoff eine leere Flasche machen. Kann mit viel Wasser gefüllt werden. Viel Flasche. Wir machen jetzt den, 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 den Run von wegen, äh, ich darf den ganzen Run über keine, äh, keine Münzen, Bomben oder Herzen aufnehmen. Den Glibber bräuchst du für eine Plastikflasche zum Beispiel. Kann ich halt mehr Wasser drin, äh, drin stauen. Tatsache, Little Eclipse hat funktioniert. Ich sehe, dass da was, gerade was ankam. Uap. Na geil, ich bin tot, oder? Ne, doch nicht. Cool. Making pancakes. Ich habe eine Bombe aufgenommen. Ich Idiot. Wow. Also, okay, dieses, dieses, äh, dieses Achievement ist schon scheiße. Einfach, weil ich mein, meinen typischen Spielstil, das, was ich normalerweise unterbewusst mache, nicht mehr, äh, wirklich mich zurückhalten muss. Kings ist kacke. Äh, ich denke, gut, meine Nachricht kam zu spät. Ich merke schon, äh, ach, wieso? Also, solange es angekommen ist, ist es doch okay. Auf jeden Fall, großes, großes Dankeschön, Little Eclipse. Leute, die auch gerade bei Shadow zugucken, vielleicht wird es dann in Zukunft, äh, Koop-Streams da von dem Spiel geben. Äh, ja, hier, ich weiß, bessere, mit Metallbanken könnte ich mir so ein besseres Fundament bauen. Aber, so viel Metall muss ich jetzt mal zusammenkriegen. Aber, ja, Koop, das Ganze hier wäre geil. Das wäre, ich glaube, das wäre richtig witzig. Mhm. Müssen wir aber, glaube ich, nochmal einen neuen Spielstand dann machen? Ist das so wie bei Star-to-Ready, dass man immer so eine neue Welt machen muss oder so? Wahrscheinlich, ja. Der ganze Prog ist lost. Und dann bist du mit einem Irren auf dem Floß. Ist immer noch besser, als allein hier zu sein. Aber du hast den, du hast den Hai. Du hast den Hai. Aua. Ich hasse den Hai, ja. Weil er ein Arschloch ist. Ja. Tauch doch auf, Mensch. Oh, fuck. Ja, geil. Ich habe da noch so einige Keys, unter anderem... Warten auf Rettung, ja, geil. Also freut mich auf eine Wall of Text. Ich werde reingucken. Dann sage ich, ob irgendwas dafür interessiert. Mein ganzes Inventar? Ist es weg, oder wie? Ja, weil ich vom Hai gefressen wurde. Tja. Oder ist das jetzt da unten? Das ist nicht euer Ernst. Alter, das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Das Spiel hat gehört, dass du die ganze Welt sowieso nochmal löschen willst. Deshalb... Was ist das denn für ein Dreck? Weißt du, alles... Och, Mann. Ist dein Floß denn noch da? Ja, super. Alles, was auf meinem Floß war. Na, super. Alles andere ist weg. Wollt man Kisten. Ich... Alter, Hai! Halt dein Maul! Verpiss dich! I will fucking nuke you! Oh, Jesus! Das ist böse auf mich. Bist du ein Hai? Nein. Manchmal. Ich habe den ganzen Scheiß-Habbing-Häuser wunderbar. Aber alles an Items, was ich in meinem Inventar hatte, ist weg. Und das war gutes Zeug, ey. Ja, super. Alles weg. Muss ja alles neu machen. Jetzt denke ich, aber nicht heute. Macht Spaß. Super Spiel. Soll ich mir Raph downloaden und die... Soll ich Raph downloaden und die... Mal gucken, wie lange es dauert und dann... Hey, Halbert, ich würde dich am liebsten abstechen, aber... Du hast da... Hast da mein Speer gefressen, ne? Und meine Angel und mein Hammer. Hat's geschmeckt! Hat geschmeckt, du dreckiger Hai-Hurensohn! Oh, boy. Dreckige Missgeburt einer Seekreatur! Oh. Raph dürfte schneller gehen. Wir gucken mal. Du vergisst dich, Stream auch gerade. Da wird ein bisschen Internetleistung weggezogen. Rüben, let's go Beybladers und so. Nein! Obwohl, Schlüssel ist okay. Schlüssel darf ich. Aber das darf ich nicht. Das darf ich. Nur wer Respekt hat, ist auf unserer Seite. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Run so schwer wird. Also sterben ist mal... ...das Letzte, was dir passieren darf. Ja, ne? Also... Bomben darf ich nicht. Das wird richtig hart bestraft. Aber ich meine, du hast auch ziemlich viele Chancen, ne? Also so ein Biss habe ich gesehen. Macht gerade mal irgendwie ein Fünftel einer Lebensleiste oder wird er stärker über die Zeit? Offenbar wird er stärker und aggressiver. Weil der greift... Manchmal greift er dich gar nicht an, wenn du im Wasser bist. Und manchmal denkt er sich so... Oh ja, jetzt habe ich Hunger. Ne, ne, ne. Ähm... Ich darf in diesem Run keine Münzen, Bomben oder Herzen aufsammeln. Schlüssel sind okay. Vorurteil im Multiplayer, ja, hätte man mich wiederbeleben können. Oh, cool. Also ist im Multiplayer-Sterben schon fast sinnlos, weil dich dein anderer immer wiederbeleben kann. Naja. Ja. Ich spiel's dumm. Stupid. Weil die Challenge, die ich gerade mache, ist It's the key. Darf ich Batterien? Batterien darf ich auch. Batterien sind auch erlaubt. Komme ich hier eigentlich irgendwie noch ein Item irgendwo? Vielleicht habe ich im Curse-Raum was nicht gefunden. Das ist ein Herz. Darf ich nicht aufnehmen. Wie lange man reviven kann? Also ich habe da jetzt... Ich weiß nicht, war da ein Countdown irgendwie? Von wegen so lange? Wahrscheinlich, weil du Einzelspieler spielst, war da kein Countdown. Ja. Kann ich mir vorstellen. Spiel letztlich einfach warten, bis du krepierst. Nimm ich dich? Ja, es ist ein HP-Up. Regeneration. Regeneration ist ganz wichtig in dem Run jetzt. Wir werden eventuell einfach mal ein bisschen warten, bis die Plazenta sich aktiviert. Vor allem, darf ich mal kurz anmerken, dass genau der Hai, den ihr unbedingt Hohl nennen wolltet, ne? Dass er derjenige ist, der meine Scheiße frisst. Ich habe das einfach nur so in den Raum reingeworfen, weil ich mir dachte, Hohl, Hai, fängt beides mit Haaren an. Okay. Auf jeden Fall dürfte mich dieser Hai jetzt nicht mehr angreifen. Der Typ, das Vieh müsste jetzt voll sein. Scheiße, ich brauche ja auch so einen Becher wieder. Habe ich ja auch nicht mehr. Also es scheint nicht nur, dass das Meerwasser salzig zu sein momentan. Oh nein, ich bin Sword Lake City gerade. Hallo. Hallo. Das ist eine Vivi. Yes. Vivi, wir brauchen gerade gute Laune. Shadow wurde gerade vom Hai gefressen und ist deshalb richtig pieft. Oh, das ist sad. Ich meine, habe ich noch einen Ziegel. Sollte dieses Mistvieh nochmal herkommen, haue ich ihm den Schädel ein. Nö, nicht. Der wollte doch nur mal Hai sagen. Ach du Heiliger. Okay. Und ich mache gerade die schrecklichste, naja, Achievement Challenge in Isaac überhaupt. Wieso? Komme zum Lamm, das ist ja der Boss von der dunklen Chest, ohne Herzen, Bomben oder Geld aufzusammeln. Ihhh. Ihhh. Toll. Und genau wenn ich diesen Run mache, kriege ich Money equals Power. Das ist doch scheiße. Du hast doch den Würfel. So. Nee, weil, weil es gibt, äh, ich, falls ich jetzt in den, äh, irgendwie in den Geheimraum komme, dann kann ich doch vielleicht den, äh, den Quarter oder den Dollar finden. Eventuell kriege ich dann trotzdem Geld da durch. Ach, darauf pokerst du, ne? Das ist ein Damage-Up, also. Ich darf nur Schlüsselbatterien, Items, Trinkets, solche Dinge aufnehmen. Alles, was halt da, äh, äh, oben angezeigt wird, so Herzen, Geldbomben, ist nicht erlaubt. Darfst du auch nicht die Münzen nehmen, wenn sie durch ein Item gespawnt werden? Nein, gar nichts. Also, äh, ich sag mal so, äh, ich darf sie nicht aufnehmen, wenn ich irgendwie sowas kriege, was mir einfach plus so und so viele Münzen gibt oder so. Das ist, das ist in Ordnung. Das ist anderes nicht erlaubt. Oh, das ist ein schönes Item. Hab ich eigentlich genug? Hab ich genug? Ich weiß gar nicht. Hab ich noch ein schwarzes Herz? Scheiße. Ich weiß gar nicht. Hab ich ein schwarzes Herz? Hab ich mal erwähnt, dass es Haie gibt, die sich Goblin-Haie nennen. Sagen wir mal, die ekelhaftesten Fische, die ihr in eurem Leben je gesehen habt. Man denkt sich, man denkt sich immer so, Alter, ist das quasi Mode? Und dann denkst du, nein, das ist ein ekelhafter Hai. Nee. Okay. Und die teilen sich denn das Gewässer mit sowas wie, äh, was sich Pistolenschrimp nennt. Just saying. Ich mag das Poken, was darauf basiert. Ach, du kennst Pistolenschrimps? Ja. Voll cool, die Viecher. Weißt du, was nicht cool ist? Haie? Haie. Wann hast du immer jemanden gehört, so, Alter, Streetsharks, voll geil. Said no one ever. Extreme Dinosaurs. So nett war, ja. Ähm. Ich hätte ja noch verstanden, wenn er etwas von meinem Zeug gefressen hätte, aber diese dreckige Kreatur hat ja alles gefressen, was ich besessen hab. Ah, Weaver ist toll. Also, alles. Komm runter, ganz ruhig. Hackbarten, sag du mir nicht, dass ich runterzukommen hab. Wenn er runterkommen sollte, dann wäre er auf dem Meeresgrund. Ja, eben. Dann würde ich ja trinken. Möchtest du das? Man müsste jetzt eigentlich jedes Mal, wenn bei dir ein Hai kommt, die ganze Zeit immer so, kleiner Hai. Oh nein. Die eine Hai-Werbung, die er so gehasst hat. Edo schwimmt. Würde ich mega feiern. Willst du mal kurz in den Meme-Channel schauen? Ich guck liebend gerne in den Meme-Channel. Kann ich gar nicht in den Meme-Channel schauen? Wenn ich nicht ins Wasser gucken muss, ist das nice. So, wenn da kein Hai im Meme-Channel ist, ist das gut. Memes. Vor allem ist es gerade interessant, dass mein Dings noch funktionieren. Fässer! Schill my raft, Holz planken. Bite my raft again, I dare you, I double dare you, motherfucker. Alter, so viele Hai-Memes. Fässer mit Schrott, you're a real MVP. Alter. Das sind mal some Top-Kack-Rraft-Memes. Oh, Sekunde, ich muss mal ganz kurz runter. Ich bin gleich wieder bei euch, Jungs. Mhm. Alter, fliegen auch noch? Wirklich? So, Bombe. Tut das... Oh, Rack, man, wirklich. So, und warte mal. Warte mal, hat er gesagt. Hm. Es ist beruhigend, wenn man auf seine zweite Etage geht und einfach zwei Haiköpfe sieht. Es ist irgendwie echt beruhigend. Aber ich habe gelernt, ich werde jetzt in Zukunft nicht mehr ins Wasser gehen, wenn ich keine Haiköder habe. Weil mir sonst dieses Vieh nur auf den Sack geht und auf einmal... Ja. Ja. So. Auf einmal denke ich diese Missgeburt immer... Das Geld darf ich nicht mit aufnehmen. Das Solard auch nicht. Das ist so kacke. Ich hasse diese Challenge. Vor allem, was mir gerade auf den Keks geht, ist, dass ich den ganzen Glibber verloren habe. Ich wollte mir eigentlich diese Plastikflasche machen. Damit ich mal mehr Wasser storen kann. Omega, Omega, so let's play. Willkommen beim Stream. Hallo. Moin. Wundere ich nicht, dass ich hier absolut nichts aufsammle. Ich mache gerade eine Challenge, die von mir verlangt, nichts außer Schlüssel aufzunehmen und bis dahin und dann landen zu können. Ich hätte was Glück. Hackbraten, danke für die 5 Bits. In Overwatch hat's funktioniert. Zack, 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 zack. Jetzt sind jetzt 2. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das ist viel zu viel los hier. Was ist denn hier los? Ey, die Quality Dodges gerade. Wow. Top Kek. Top-Quality Dodges. Alter. Ah, guck mal, eine rohe Sebrasse. Alter. Die Dodges. Uh. Alter. Dein Kopf hole ich mir auf jeden Fall. Die Challenge ist nämlich, es ist ja nicht so eine Challenge von mir selbst, es ist ja eine Challenge, um ein Item freizuschalten. Es ist ja, ne, nicht etwas, das ich mir selber ausgesucht habe, sondern, ähm, damit schaltet man was frei. Das Spiel will von mir, dass ich das mache. Andy und ich müssen kniffeln, wir müssen ja wissen, wer König ist. Kann man sowas, wie Schnickschackstücke in dem Spiel spielen? Oh, Pointer. Pointer ist gut. Du brauchst nur Arbaton und Brimstone und schon ist die Challenge geschafft. Ja, ich muss erst mal so viel, ne, Zeug haben, damit ich das überhaupt so machen kann. Top keck. Top me. Ich meine, ich hatte gerade schon Brimstone, also, da bin ich gestorben, weil ich keine, keine Seelenherzen hatte, weil ich die nicht da aufsammeln durfte. Ich wusste, dass da Brimstone im, äh, in der Wild-Diel-Raum liegt. Schön ist, ich kann auch, äh, kriege gerade die ganze Zeit Regeneration durch meine Plazenta und wenn ich wirklich mal, äh, wenig, wenig, wenig HP haben sollte, habe ich immer noch das Sun, um mich einfach voll zu heilen. Boah, yes, hoher Lachs. Top-Kerrick. Hast du den Keeper schon? Ich habe jeden, äh, jeden Charakter schon und mit jedem Charakter auch schon alles gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufnehme. Schlüssel nehme ich. Vor allem, ich finde hier ständig rohen Lachs. Weißt du, so einen Riesenfisch. Kein Thunfisch? Ne, Lachs. Ja. Ein großer Lachs. Fliegen wäre geil. Also, alles Mögliche irgendwie. Alles Mögliche wäre geil. Items. Merkt man erstmal, wie unter, wie sehr man unterbewusst einfach alles aufsammelt in diesem Spiel. Wenn man plötzlich nichts mehr im Aufnehmen darf. Wenn ich die Lagerkapazität, ich werde es wohl eher vermissen, wenn wir im Koop spielen, wie ich, ähm, Dings, äh, so schnell, wie ich auf einmal meine gesamten Sammlernetze nicht mehr habe. Mh, mh. Ja, doch, da muss man einfach, obwohl, man hat dann zwei Haken, ne? Also, man kriegt dann ordentlich gut, äh, Material am Anfang. Naja, man ist halt zu zweit, also man kriegt sowieso mehr Geschissen am Tag. Mh, ja. Das wird auf jeden Fall ein Vorteil sein. Uh, Charged Cable, nehme ich gerne. ne? Ich habe zwar einen, obwohl, ich habe ja meinen, meinen C-Daumen schon, der auch noch Elektrizität macht. Darf ich? dann nur Monstru. So, ich warte ja nur, dass dieser Hai das jetzt nochmal versucht. Mh, mh. Das wird er sowieso. Ja, ja. Weißt du was? Ha, ha. Komm her, fight me! Bring dich um, ich sag's dir. Hoppa da. Hoppa! Nicht mit mir, ich tanze mit dir, Monstru. Ich tanze mit dir. Oh, Bloodcloth ist gut. Mit der Marco und der Schenke. Judas, das Schatten würde ich sogar liebend gerne nehmen. Andererseits, ne. Ich glaube, ich nehme dir Goat Max. Ja, sobald du ins Wasser gehst, ist der echt getriggert. Und dann hängst du manchmal unter deinem Boot fest und dein Boot bewegt sich aber weiter und du kannst dich aus dem Wasser, weil das Spiel fucking Holy Exorcist ist. Fail! Fällt mir gerade auf, ich hab dich gar nicht noch voll auf. Je, der Eclipse, also wirklich. Wie kannst du? Okay, so einen Lachs kann ich häufig essen, Jesus. Ist halt viel dran, ne? Ja. Wie du gerade sagtest, das ist großer Fisch. Jetzt hab ich zwei davon. Was sagt ihr da? Das ist ne Menge Fisch. Das ist a lot of Fisch. Der Herr ist ein typischer Hater, der muss immer anpimmeln. Ja, ich seh schon. Ein Hey, ein Hey, Heiter? Ein Heiter. Hi, Tee-Tee. Hi, Tee-Tee. Nochmal ein Lachs. Alter. Futter geht nur so schnell erstmal nicht aus. Also zumindest sofern dieser Fisch nicht wieder ankommt und mir ups Ich hab einen ganzen rohen Lachs gegessen, das kann nicht gesund sein. Darf ich? Wieso Sushi? Äh, was? Ist völlig in Ordnung. Er ist an zweiter Stelle ein Netz zu platzieren. Zweiter Stelle? Auf jeden Fall ein Little Eclipse. Dankeschön für den Follow dann. Dankeschön. Hier ist ein Hering. Immer schön, immer schön, wenn sich Leute dazu entscheiden, öfter bei mir reinzuschauen. Ja. Monstruuszahn. Wie wär's mit Nein? How about Neo? Yes. Komm mal her, Spinni. Spinne, komm her. Spinne, komm her. Hier, Spinne. Späne. 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 Dich wegmachen. Glaub ich, Spinne. Spinne, Spinne, Spinne. Yes. Ah, schade. Darf ich nicht aufnehmen? Den kleinen Brickel brauch ich ja schon fast gar nicht mehr. Jetzt, wo ich den großen hab. Die Musik passt halt wirklich gerade. Battlefield Theme, oder? Ja, das Battlefield Theme. Das hat wirklich gerade der Struggle. Der Struggle. Ah, die Platz sind da so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich, jetzt hab ich aber schon Devil Deal angenommen, ne? Vielleicht wär's besser gewesen, auf Angel Deals zu spielen. Ganz ein Feld zwischen den Netzen lassen. Oh, doch. Nee. Ich bin ja schon verleitet, ist einfach mal so. high five. Aua. Aber Shadow, dann will ich jeden Stream, oder weißt du, jeden Tag verlange ich einfach einen high five von dir. Seems legit. Slap the shark, high five. Street Sharks. Ähm, sorry, aber solche Spiele wie Binding of Isaac ist nämlich halt nicht, da schau ich selten, aber ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Binding of Isaac ist halt nur so, so mein Chill-Spiel für Konfi, für Inter-Konfi rum abhängen. Sonst spiel ich halt Sachen meistens so halt, die, wie Shadow schon sagte, so RPG und textlastig, äh, textlastig, textlastig sind, wo man dann besser Solo streamt, um alles vorlesen zu können. Same. Wollte ich ja eigentlich heute auch, Alter. Manchmal auf seinen Raft zurückzukommen ist eine Folter. Also da, ich weiß nicht, ob das an meinen Netzen liegt oder ob das an mir liegt. Ist ein bisschen funky. Hm. Kann ich nicht. Eine Versus-Round gleich wahrscheinlich nicht. Ich bin damit echt die ganze Zeit momentan beschäftigt, äh, die letzten Unlocks freizuschalten in diesem Spiel. Ich glaube uns sowas wie Versus-Rounds wird es bei mir sowieso nicht geben. Ich spiel Isaac halt für mich, mich halt, um mich mit anderen zu messen. Weiß nicht. Wenn ich mich mit, wenn ich mich mit anderen rerun. Oh Mann, oh Mann. Vor allem den großen Grill werde ich ehrlich gesagt vermissen, weil der ist cool. Na, ah, Schlüssel nehme ich. Du müsstest mir eine Batterie geben. Oh, fuck. Okay, was kann ich denn rerun hier? Wo kriege ich zur Hölle Kupfer her? Eigentlich im Merkbau. Ja, aber... Warte mal, Glas habe ich doch. Glas kann ich noch erforschen. Pillen darf ich? Weißt du, sonst ist man immer super hinterher, dass ich immer alles erforsche, aber bei Glas habt ihr da? Habt ihr da? Habt ihr da? Habt ihr da? Inventar, fortschrittlicher Reiniger. Kamen mehrere Tassen... Oh. Eine Tasse. Das war Oma's letzte Tasse. Oh, einfach mal verbesserte Scheuse, wollte ich gerade sagen. Last strong. Ach. Wenn ich jetzt noch Glas hätte, ne? Aber ne. Ne. An der Insel unter Wasser abbauen. Echt? Unter Wasser ist Kupfer? Okay. Kann man sich dann irgendwie so festen, so Tauchausrüstung festmachen am Boot, damit man auch nicht da gut... Ne, man kann... Also man kann sich Tauchausrüstung machen. Ich kann mir ne Taucherflasche machen und flossen. Hm. Ich stelle mir jetzt nur gerade so vor... Unter Inseln? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Komm her, Shark, ich bringe dich um. Ich wusste es, ich hab's genau gesehen. Du entkommst mir nicht. Stech die Scheiße aus dir raus. Gib mir deinen Kopf. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse diese Gegner. Sie sind dumm. Problem gelöst. Ach man, ich will das Geld aufnehmen. Ach du Schande. Jetzt hab ich seinen Kopf. Die Sache ist halt, du kannst mir... Was ist der andere? Das ist der Mr. Schoschman. Hi. Ich sollte mal wieder so ein... Wenn ich in der Konfi bin oder so ein Multi-Twitch-Link reinpacken, wenn du anfängst zu streamen oder so. Ich hab diesmal direkt halt über Multi-Twitch alles reingehauen. Ach so. Deswegen. Ich sollte eventuell... Ich mach... Ich glaub, ich mach das gleich. Dann mach ich einfach so ein Nightbot-Command, Ausrufezeichen Multi. Nein, sag mir nicht, ich mach voll. Das postet dann einfach einen Link zu deinem und meinen Multi-Twitch. Dann muss ich nie den Link raussuchen oder sonst irgendwas oder wie du heißt oder sonst irgendwas. Kann das einfach das übernehmen. Ich bin ja gerade dazu verleitet, ins Wasser zu springen und hinterher zu schwimmen. Weil ich seinen Kopf irgendwo weggeschmissen hab. Warte mal. Ich bereite das mal kurz vor, äh, Soul. Dann mach ich das. Moment. Ähm. Neuigkeiten. Erstmal kopier ich das so. Kompliziert. Wir haben doch gar, 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 gar kein Hai. Dann verpacke ich einfach meine, äh, weiterentwickelten, äh, Schwimmtechniken aus. So, dann gehen wir mal kurz auf Nightbot und machen, äh, machen mal kurz dieses Command. Für diejenigen, die sich, äh, ich weiß, es macht mich nicht schneller, aber, ich hab irgendwie, ich fühl mich wie hier, der Typ aus Golden Boy. Golden Boy? Denn der Bahn schwimmen soll, dabei halb ertrinkt und dann fragt, na, wie hat euch mein Schwimmen gefallen? So. Oh, fuck. Äh. Hast du den Schoßmann schon? Okay. Ähm, kann einer mal im Chat ausprobieren, weil ich, äh, ich weiß, dass er vielleicht bei mir triggert, aber ich weiß nicht, ob er bei euch triggert. Äh, einfach mal Ausrufezeichen Multi in meinen Chat schreibt. Wäre fancy. Hast du auch gespeichert vorher? Ja. Okay. Da ist schon direkt der nächste Hai. So, let's play. Moin, moin. Bin von Antitoch. Ach, guck mal einer. Guck mal einer, schau. Guck mal einer, Schosch. Äh. Ja, Raph, mach zu den Kack. So, Moment. Lade ich, guck ich mal, ob ich im Hintergrund Raph drunterladen kann, während ich streame. Ja, Glas. Fuck. Ich brauch ne Menge Glas dafür. Ich hab so viel Fisch, ne? So, wieder reinkommen, nichts ausnehmen. Drossel gegeben, falls die, äh, Download-Geschwindigkeit von Steam könnte ich machen, ja. Weil ich glaub, momentan funktioniert's. Jo, dankeschön, Angel. Der Multi-Vitamin-Saft funktioniert. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Streamer-Mann? Das ist Biggitru! Verdammt! Das ist Mr. Schoschman! Verdammt! Ich brauch so viel Glas dafür, ey. Und dafür ist jetzt keine Insel in Sicht. Boah, dann könnte ich einfach einen besseren Wasserreiniger bauen. Wasserreiniger? Ja, du musst ja irgendwas trinken hier am Tag. Stay hydrated und so ein Scheiß. Apropos, sollte ich mal vielleicht wieder einen Schluck von meinem Kaffee nehmen? Der wird auch langsam immer kühler. Sammeln sie Haiköpfe? Ja. Oh, nek. Das passiert mit Hai und das ist, ich hatte Hunger. Man kann immer nicht so viele Zeilen machen, wie man eigentlich möchte. Nein. Geh weg mit rein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, danke schön. Aber Glas ist leider... Ich kann echt Haiköder nicht stacken. Oh, das ist ja fies. Jetzt muss ich so rumgehen, weil ich sonst die Bomben einsammeln würde. Ih, geh weg. Wer will denn Bomben haben? Ich, aber ich darf nicht. Ich habe übrigens Raph schon abgeschlossen, downzuladen. Das geht schnell. Ich habe es gerade eben erst angemeldet, also für fünf Minuten oder so. Darf ich nicht einsammeln. Vor allem, hattet ihr, ich habe keine Frames verworfen. Wie geil. Ist noch besser. Ja, der perfect download. Hm. Ist jetzt mein... Nein. Ich hatte doch hier, ich wollte gerade sagen, ich hatte doch noch irgendwo... Das ist ja nicht groß. Aber das Game sah irgendwie groß aus. Ich war generell so ein Riesenfan von Stranity und das wollte ich unbedingt eigentlich mal gespielt haben, aber dann ist es nicht mehr relevant gewesen. Dann habe ich es auch vergessen, dass es existierte. Nee, zu der Zeit habe ich auch nicht gestreamt. Also ich denke jetzt nicht so, dass ich das nur wegen Streams gemacht hätte. Achso, du hättest das nur gemacht, wenn es relevant war oder was? Mhm, genau. Nee, aber wirklich, war halt... Ach Gott, was tue ich hier? Ich mache hier so viele Fehler eigentlich. Kriege ich irgendwo Batterieladung? Ich habe da... Da läuft noch eine Batterie rum. Nee, aber dann... Und dann war es nicht mehr relevant oder... Beziehungsweise dann war auch nicht mehr so die Lust da, es zu spielen. Und dann war... Dann hat sich das auch wieder erledigt. Ich habe keine Bombe... Vielleicht kriege ich irgendwo anders noch was her. Auf jeden Fall blitzt hier viel schön rum. Und so ein paar Fliegen sind auch geil. So ein paar Fliegen? So Fliegen, Fliegen, Fliegen nach. Wolltest du heute nochmal überhaupt versuchen denn, oder...? Definitiv. Nachdem ich die Challenge hier entweder verkackt habe jetzt oder, äh... Oder geschafft habe. Je nachdem. Das heißt, in... In höchstens... In höchstens 20 Minuten, sag ich mal so. Und los goes. Danke dir fürs Followen. Also ich dachte mal, so eine Stunde Koop oder so kriegen wir heute vielleicht bestimmt noch... Oder zwei kriegen wir bestimmt heute noch hin. Cool. Ich versuche jetzt noch nicht an dieser Challenge hier, wenn ich die verkackt oder nicht, dann können wir das machen. dann raften wir mal. Dann raffen wir... Gucken mal, ob ich das alles gerafft kriege. Ach, das rafft sich schon. Selber spielen und einfach nur zugucken und sich dann denken, oh, so funktionieren also die ganzen Mechanics. Das sind halt so zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, so kompliziert ist das nicht. Hast du Minecraft gespielt, hast du Raft gespielt. Na! Na! Das denke ich mir, das habe ich mir bei Stardew Valley auch gedacht. Und, äh, bei Stardew Valley... Was ist das vor allem gerade für den Sound? Na! Mh, 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 mh! Ist das so mein... Na, ich widerspreche? Fuck you, hi! Weißt du, warte, ich probier's einfach mal. Ich hoffe mal, ich darf wirklich, äh, Batterien aufsammeln, sonst mach ich hier gerade echt die Fehler meines Lebens. Stimmt, ich hab hier gerade nicht noch den alten Raum hier... Raum. Willkommen, mein Name ist Andy Dood. Andy Dood. Und wir schießen uns heute zu ein paar Wildergie. Äh... Eischen, mein Knöpner. Obwohl... Es wäre eine Möglichkeit, Bomben zu haben, aber... Nee. Ich... Kann ich den Challenge Raum machen? Ich kann. Oh, toll. Mensch, eine Selektion sondergleichen an Items. So viel schönes Zeug. Mh, Trollbombe, Trollbombe und, äh, rote Spinnen. Boah, geil. Richtig geiles Zeug. Ich weiß ja gar nicht, was ich nehmen soll. Naja. Oh Gott. Wieso? Fetti! Fetti! Geh weg! Mensch heißt Mensch. Mensch! Mensch! Ah! Ziemlich menschlicher Mensch, würde ich mal sagen. Gott! Ich hasse es, mit nur einem HP gegen den Fetti zu kämpfen. Muss ich nur einmal auf mich draufsetzen, dann bin ich tot. Ach, hier, Piep oder was? Nee, nee, nee. Ich meine halt wirklich diesen Fetti, der so rumspringt. Äh? Hast du, kennst du vielleicht gar nicht, weil du schon seit Ewigkeiten nicht mehr Eise gespielt hast. Das kann sogar sein, weil ich hab's lange nicht gespielt. So ein richtig dicker Fettklops. So ein richtiger Ömermann. So kannst du auch nicht von mir reden. Das ist Aua. Jetzt ist der Hai schon wieder da. Das nehme ich gerne. Heiköder halten einfach so lange, äh, so kurz nur. Was denn nun? Ja, nee. Ich komm vom Klo. oh fuck, nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ähnlich muss meine Herbert Grönemeyer Interpretation, Interpretation in Personifikation üben. Oh Gott, ist das Interpretation? Personifikation Interpretation ist ja was anderes. Wie heißt das, wenn man was nachmacht? Hilf mir mal. 80 Sekunden ist definitiv zu kurz. Ui. Ach nein. Ich hab zwar kackt, ich hab ne Münze aufgenommen, weil ich mal kurz in den Chat geguckt hab. Ich starte jetzt Raft. Ich starte jetzt Raft. Ich werde nur noch einmal kurz hier jetzt alles ausluten, was ich da unten hole und dann können wir starten. Impression. Ach stimmt. Dankeschön, Hackbraten, für die Salty Bits. Ja. Moment, lass mich kurz einstellen, dass ich das auf... Ich möchte das bitte nicht in... But you wanna be bad. Wo scheiß, stell ich das denn auf? Fenstermodus ein oder geht das nicht? Doch, das geht. Ich hab's auch auf Fenstermodus. Ja man, Steuerung. Ich weiß, dass es gerade zu laut ist. Moment, wir machen es mal ein bisschen leiser. So Gesamtlautstärke auf. 30, 37, 35. Grafik, Schattenentfernung, V-Sync, Anti-Halys, Kupfermensch, Was ist das denn? Gesamtqualität, Wasserqualität? Gut, machen wir mal fantastisch. Ich find ja Fanta toll. Ich mag ja Fanta. Schattentyp ist sowieso immer kacke. Schatten... Wir machen mal harte Schatten. Schattenqualität ist sowieso... Da achtet man sowieso nicht drauf. Du Heiser, noch ein bisschen beschäftigt bitte. Yes. Ich guck... Eclipse, ich guck dann später bei Discord nach. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass ich dann, weil du mir sagst, so von wegen du würdest bei diesen Streams... Dass ich, äh... Dass ich die dann auch spiele. Ich spiele halt das, was ich möchte, deshalb. Ähm... Wozu ein Fick kann ich das einstellen? Ich seh das gerade nicht. Was? Ja, dass ich das auf Fenstermodus stelle. Das geht aber. Fucking hell. Was ist denn das? Ich hab Seetang, ich hab Glas, also jetzt gerade... So, Moment. Ich stell mal schon mal auf Raft um. Auf Raft. Stell mal. Raft. So. Raft. Was nimmst du schon lange? Äh... Zwei Stunden. Das geht also. Abenteuer auf die Nähe. Abenteuer auf dem Reiterhof. Mit dem Piratschus, Mann. Joho, ne Buddel voll rum. Äh... Und dann mach ich nochmal zack und dann mach ich da den Multiturch-Link in ein Dingens rein. Vor allem jetzt. Weißt du, da lässt du dich einmal nicht von diesem dreckigen Hai nerven. Ne? Hm. Und schon ist alles cool. Zweifel. Zwei mach ich einfach jetzt erstmal wirklich mit Vollscreen. Also... Fensteraufnahme. Fensteraufnahme. Wie da einfach im Schuh liegt. Ja, was hast du gegen meinen Schuh? Da kann ich Sachen drin pflanzen. Rieft. Erstmal großes Dankeschön an Lille Eclipse für das Sponsor dieses Spiels für mich. Nochmals. Würde ich euch jetzt Alestorm empfehlen? Ja, Alestorm. Ist das nicht so Piraten-Metal? Mhm. Ja, Piraten-Metal. Ja. Würde passen? Mhm. So. Wie gesagt, falls irgendeiner gerade außen, außen, äh, sofern du Spaß an den Spielen hast, dir sponsere, bin ich zufrieden. Ja, das ist doch was. Das ist doch schön zu hören. Hallo. Oh, Alex, hallo. Hey, Alex. Hallo. Äh, Isaac Unlocked. Moment, ich muss hier kurz was speichern. So, speichern. War mir jeweils euren Kühlschrank rausgeräumt, weil ich dachte, ja, ihr müsst mal den Kühlschrank zauber machen und dann bringt er all wirklichen Scheiß raus, plötzlich ist über die Hälfte vom Kühlschrank raus. Steht er auch da? Wow, du hast echt eine Menge übersehen. Also, falls irgendeiner so aus von den Leuten gerade weiß, wo drunter ich das finde, dass ich das nicht auf Fenstermodus stelle, dann sagt mir Bescheid. Wir müssen sowieso gleich mal gucken, wie das mit Coop läuft. Ah, Welt betreten, denke ich mal. Neue Welt und Welt betreten? Wahrscheinlich muss ich Welt betreten, so. Was habt ihr denn vor? Äh, wir wollen Raft zusammenspielen. Ach, du Scheiße. Mir wurde es gerade gesponsert vom lieben Little Clips. Little Clips. Ach, wie süß. Das ist ja nicht von ihm. Ja, und deshalb kann ich dann manchmal gleich mit dem Furschmann zusammen auf dem Meer rumpaddeln. Ah, wie cool. Paddel, paddel, paddel. Okay, dieser fortgeschrittene Filter ist echt cool. Da haust du einfach nur rein wie so ein Bekloppten und dann hast du. Ist okay, dann sag ich es halt nicht mehr, kein Dank mehr. Gut. No Dank. Kein Dankeschön. Echt mal. Andy was spendieren. Finde ich das hier unter der Auflösung? Schwul. No Dank enough. Moment, lass mich mal kurz gucken. Raft, Fenster, Modus. Ich habe heute Nachmittag ein Leckerchen gemacht, bin dann erst mal vor der Kanone aus dem Sofa geflogen, weil es einfach mal gewittert hat. Es hat richtig bei uns irgendwo eingeschlagen. Ach, du Scheiße. Ich bin so erschrocken. es passt so, oh Gott, PC aus, Fernseher aus, alles aus. Ne, mit Alt-Enter funktioniert es auch nicht, schade. Funktioniert manchmal. Okay, der fortgeschrittene Ach soll das Little weglassen? Okay. Kunter Bunte, willkommen beim Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vor dem Launchen des Spiels kannst du, ach, vor dem Launchen des Spiels kann ich das, glaube ich, anmachen. Eigentlich muss man das nicht. Ich habe das auch irgendwo mittendrin gemacht. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal in meine Bibliothek. Weißt du was? Ich komme jetzt Eigenschaften. Jetzt habe ich eine Kupferbahn. Ich habe gerade so viel, was ich hier, ne. Weißt du, einmal läuft dann alles nach Plan und dann, wenn sich die Viecher mal nicht nach, wie absolute Dickheads benehmen. Jetzt scheint hier natürlich, weißt du, den gesamten Tag keine Sonne. Noch nie jetzt. Linzschokolade. Mh, oh, lecker. Playbatterie. Exklusive Fullscreen. The fuck, nein. Exklusive Fullscreen. Fuck, nein. Wie wäre es denn einfach mal mit Exklusive, äh, Exklusive gar nichts. Exklusive mein Arsch. Weißt du, den gesamten Tag kein einziger Sonnenstrahl. Aber jetzt. War abends. Mh. Morgen soll es den gesamten Tag regnen bei uns. Es zieht also wahrscheinlich zu uns hoch. Nee, Kunterbunte, ich glaube, zwei, äh, Shadow mich, äh, das Shadow mich jetzt managt, ist schon genug. Hä? Ach, äh, Kunterbunte fragt gerade, ob sie auch noch mitspielen konnte. Ich glaube, das wird echt voll, wenn wir denn jemanden haben, der, äh, so nicht, ne? Äh, ich hab keine Ahnung. Im halben Land schon gefühlt, nur hier nicht. Sorry, Kunterbunte. Äh, ne, ich find's nicht. So. Okay, warte mal, ich muss sowieso jetzt Welt speichern. Also, ich, ich bin, ich bin ready, ready to raft. Okay, warte mal, ich guck mal. Ich hab's doch auch gemacht. Einstellung, German, Grafik. Als du am Wochenende in der Zeit hast, kannst du mich gerne auf Steam hin. Die Sache ist, Eclipse, ich, ähm, streamen fast jeden Tag. Und an den, an den Tagen, wo ich nicht streame, äh, da will ich wirklich so für mich sein, mal ne Ruhe haben. Andy, ich glaub, du musst einfach die, die Auflösung, äh, runterstellen. Ernsthaft? Ich glaub, ja. Weil ich glaub, so hab ich das gemacht.